Hüpfen wir einfach mal, hüpfen wir einfach mal voll rein hier, Ferrari Boy, Best Friend, World Class Dude, danke dir für'm Follow. Herzlich willkommen zum dritten Teil der Sage um Lara Croft, die jetzt mir über dem Kopf sitzt. Ich hab sie vorher noch ausgedruckt, weil man soll ja einmal die Woche drucken. Ich bin die Woche nicht zum Drucken gekommen. Also hab ich jetzt gedruckt, heute gedruckt, Druck gemacht. Wie laut war der Öllert? Theolos, einen wunderschönen guten Abend. Bitteschön, guten Abend. Hallöchen. Bin gerade noch ein bisschen aufgedreht, aber wo ich anfangen ausholen wollte, hallo Teilneiner. Letztes Mal haben ja meinen Rechner so schön wahrgenommen. Ich hab ein Tier entfernt, was unter dem Damenstrumpf, der im Boden des Sleepers integriert ist, sich eingenistet hat. Das Tier hab ich da mal weggesaugt. Vielleicht ist heute etwas besser von der Lautstärke her, aber ich garantiere nichts. Wir spielen nach wie vor in 8K. Wenn ich das richtig im Kopf hab, vorher nur einstellen, ne? Für große Screenshots. Funktioniert das? Ja. Gattung Wollmaus. Definitiv. Also man muss schon sagen, so ein Dingsbums hält viel ab. Hält viel ab, ja. Hält, also so. Ein Damenstrumpf ist ein guter Filter. Was ich liebe. Die 15 Minuten, die du letztens früher da warst, bist du jetzt später da. Ja, der Ausgleich. Jo, darf auch mal sein, ne? Familie war noch da. Am Start. Laras Doa. Hurra! Gibt's eigentlich irgendwie so... Ich will einfach mal... Ihr könnt ja alle noch eintrudeln. Ich will einfach nur mal herausfinden, ob es vielleicht irgendwie so ein Achievement gibt. So, spiele den ersten Level ohne irgendwen abzuschießen. So, zum Beispiel so. Wir machen jetzt einfach den ersten Level. Versuchen keinen Wolf abzuschießen. Wir probieren das mal. Vielleicht gibt's da ein Achievement für. Ich bin ja gerade neugierig. Leot Cat. Ein wunderschönen Abend. Danke dir für den 49. Weltklasse. So können nämlich alle hier eintrudeln. Woppa. Machen sie mal. Trackmania Battles haben wir hier gesehen. Direkt wieder Bock bekommen. Ja, ne? Gut, oder? Auch wenn ich es unverschämt finde, wie gut der Mattis ist, aber... Oh ja, guck mal hier. Profi am Werk. Versuche ich voll dynamisch. Simultan. An einem Strang. Genau, ich will keinen Schuss von mir geben. Ist so mein Plan. Servus, der Graf. Kein Gegner... Kein Gegner soll getötet werden. Gucken wir mal. Vielleicht gibt das ja ein Geheimnis. Geheimnis. Ich begrüße sie. Cheer 100, ich begrüße sie. Hi, Mofti. Ist das denn gut zu bewerkstelligen? Oder haben wir da irgendwo stellenweise Probleme? Schwer zu beurteilen im ersten Level, ehrlich gesagt. Ich glaube, im ersten Level ist das tatsächlich ziemlich gut machbar. Dass man den Viechern aus dem Weg geht. Open the door. Open your mind. Ich werde angeknabbert. Dann gibt es bestimmt noch die Bedingung, töte keinen Gegner und erleide keinen Schaden. Und das haben wir dann jetzt versaut. Dann müssen wir das nächste Mal probieren, keinen Schaden zu bekommen. Kein Dachschaden. Habt ihr den gesehen. Das war hier. Alter Schwede. Die Fledermaus will es aber wissen. Das war ein Sprung, ne? Das muss doch mit der neuen Steuerung fürchterlich sein. Dieses Konzept, dass Lara immer erst noch ein Quader weiterläuft, bevor sie den Sprung ausführt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja so konzipiert. Quaderlaufen, dann springen. Quaderlaufen. Quaderloft. Lost Danvin. Ja, moin. Oder was? Lost? Lord Danvin. Hallöchen. Grüße dich. Spielen sie Tomb Raider 4, ohne einen Schwarm zu töten. Jetzt kommen Wölfe. Jetzt wird's spannend. So. Ich versuche mal irgendwie aus dem Weg zu gehen. Renn weiter. Gut. Ja, ja, ja. Wir sind safe. Gefühlt haben sie sich in den ersten paar Leveln noch ein bisschen mehr Mühe gegeben. Oder? Habt nur ich den Eindruck. Das ist eine ganze Lichtstimmung oder so. Oder liegt das einfach nur daran, weil das alles so ikonisch ist? Ja, ho, ja. Ist eher wegen dem ikonischen. Ja, boah. Das wird spannend. Kein Achievement. Schwachfuhrm-Universum. Kein Achievement dafür. Okay. Hätte ja Sinn können. Okay, dann laden wir mal das Grab des Tio Kahn. Versuch, war's noch wert, ja. Nächste Variante, man weiß es nicht. So, wir sind irgendwie tief gefallen, ne? Das Grab des Tio Kahn. Nicht Spaß, dir beim Spielen zuzusehen von Tomb Raider. Ja, das freut mich sehr. Lese ich aus sehr gerne. Lara schwimmt. Man kann halt auch viel mit der Perspektive... Warum muss sie immer blinzeln, wenn man so... Man kann auch viel mit der Um-Um-Umschauen-Taste arbeiten. Was das Screenshots angeht. Oh ja. The long dive. Augen auf beim Taucherkauf. Hebel! Kann ich nicht, weil Wasser drin... Können wir nicht betätigen unter Wasser? Müssen wir jetzt das Wasser rauslassen irgendwo. Und da ist eine Tür und die ist zu. Okay, spannend. Hier oben ist nichts. Aber den Hebel kann ich nicht betätigen. Okay, hab ich was übersehen. Ich muss da mal wieder umkehren. Hier ist der Hebel. Jetzt wird's aber eng. Das passiert mir jedes Mal im Grab vom Tio Kahn, ne? Jedes Mal. Nein, wir sterben. Dann haben wir überlegt. Schwimmen kann sie. Yes, mate. Danke der Cyberdesk zum Support. Meine Güte, das Geplätscher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf der Switch schlecht läuft. Woiwi Place. Hallöchen. Grüß dich. Crocodile. So, das kann man bestimmt schieben. Können wir nicht schieben. Sah nur so aus. Ansonsten, ich weiß nicht, ob Global Foundry das mitgetestet hat oder so. Nur leider kann ich den ganzen Livestream sehen und ich kann sie nachher auf YouTube nachholen. Richtig. Aufzeichnung läuft. So, alle hopp. Cracky Croft spielt wieder Lara Bauer. Äh, war, 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 wie, war? Wie bitte? Schon wieder Mittwoch. So schnell geht das. Wo ist die Zeit nur geblieben? Hallo. Live, Snorri. Moin. So. Was ist denn das für ein Knubbel da oben? Hä? Was ist denn auch... Was ist denn das für ein Knubbel da oben? Ich hab's gerade selbst beantwortet. Bin einfach reingeklettert. Ich muss leider morgen auch um fünf Uhr raus. Mach mal nicht so lange heute. Wobei Banner nachher noch dazu kommt. Das wäre dann ein Widerspruch. Ach, kommt die Moor. Äh, kommt die. Hat die gesagt, Gildi Spader? Hat sie gesagt, heute passt's bei ihr oder what? Dass es keine Handelsversionen gibt, ja. Rancho, danke dir für den Prime Sub. Haben wir jetzt hier wieder Wasser drin. Jetzt ist wieder die Umsehen-Taste hängen geblieben. Danke dir, Rancho, für die Unterstützung. Sie versucht's. Try hard. Warum rennt sie denn dann los, wenn ich die Umschau-Taste drücke? Das ist ja so... Komm mal, da unlogisch. Irgendwas hebt sich da gegenseitig auf. So, okay. Jetzt haben wir hier Wasser drin. Das bringt uns genau was... ...nochmal. Jo, und ist eine Tür aufgegangen. Medikit. Sackgasse. Ist das jetzt ein anderer Füllstand? Ach, jetzt... Dieser Block. Der schwimmt. Der Block schwimmt. So. Get down on it. Back, back and forward, forward. Hier ist nichts. Schwimmen wir erstmal runter. Hebel! Keiner weiß, was der Hebel gemacht hat. Speed! Boah, kann man da... Eee, diese fetten Ratten. Hebel vereinfachen oftmals die Arbeit. Das stimmt allerdings, ja. Echter Hebel, ey. So, da ist die Ratte. Sie guckt zu weit nach oben. So von wegen so... Boah, ist die dick, man. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Schade. Sie schaut ja in die Kamera. So von wegen... Boah, woher... Boah, woher ist die Tastatur? Boah, woher ist die Tastatur? So wie Icke, die da teilt. Ich sehe irgendwie kein Bild gerade. Der Screenshot wird nicht funktioniert haben. Nochmal. Du Playstation-Mensch, du. Hi Fritzbox, ich grüße dich. Was ist denn jetzt der Seelenräuber? Ja, ich wollte eigentlich noch... meiner perfekten Welt hätte ich noch vor zwei Stündchen einen Tweet gemacht und so Hey, yo Leute, heute wieder Tomb Raider, wisst ihr Bescheid? Kommt doch rum, oder was? Oh, der spielt Cracky alle ein bis zwei Monate Tomb Raider 1 bis 3. Sehr selektive Wahrnehmung. Ein bis drei Dutzend Jahre spiele ich alle drei Teile. Da hast du wohl recht. Hallo Rita. Ich spiele nicht, aber ich wollte dir einen schönen Abend wünschen. Den wünsche ich dir auch. Mundraubräder, Elektrix, Gas. Einen wunderschönen guten Abend euch beiden. Hallöchen. So, das Grab des Tio Kahn. Sieht cool aus, ne? Da liegt nix. Brauchen keinen Tweet. Haben mich schon mal fast leeren... in den fast leeren Sarg gesetzt. Saal wahrscheinlich. Und gewartet, ob was kommt. Ich nehme mal an Saal anstatt Sarg. Was ist das für ein... Ich dachte schon, was das für ein Hebel ist. Und dann ist das sowas. Haben die das auch zu Ende gedacht? Ja gut. Jetzt müssen wir nochmal alles spielen. Das kommt davon, wenn man nicht lädt. Aber ich habe ja am Anfang eh zu viel Lebensenergie verloren. Ich hasse deine Antwort. Was? Ja, siehst du immerhin auch den Anfang? Es ist alles nur Service hier. Da hast du deine Antwort. Habe ich geschrieben, fast. Ich, ich, ich completely... Completely neben der Schnur. Hallo Kampfkraut. Danke dir für 17. Egal. Ja, im Nachgang, im Nachgang raffe ich es vielleicht. Haben wir jetzt den Chat eigentlich hier in der Szene drin? Ne, haben wir nicht. Siehste, den muss das da... Das ist ein bisschen big, ne? Ein bisschen big, ein bisschen big, ein bisschen viel auf einmal. Wir können ein bisschen kleiner machen vielleicht. Und da oben vielleicht? Ne, da ist, oben ist Energie, ne? Weil ich musste ja in der letzten Folge den Chat manuell reinbauen. Da geht ja Kampfkauz für 17. Oder ich habe es nicht gerafft. Mein Sarg hat ihn durcheinander gebracht. Sorry, ich bin halt ein Vampir. Yes. Sarg, kein Wort. Ich war gerade total verwirrt bei dieser Guillotine da. Weil die Munition da auch direkt vor der Wand lag, in der Ecke. Und dachte ich mir nur... Wollen die uns eigentlich veräppeln? Wie wird es denn an die Munition kommen? Und dann bin ich gestorben. Dann wurde ich aufgeschlitzt. Jetzt hat es mich voll erwischt. Aua! So ein bisschen einmal falsch gedreht. Schon bis quer gewickelt. Darauf war das doch bezogen. Auf den Sarg? Na ja, gut. Gut! Bitte nicht sterben! Oh Gott! Ich hab so... Ich hab fast so... Wir sehen gleich da, ne? Lass der Wrongway Lara zurück. Move it back, Lara. Dann lieber Craigie, damals habe ich deinen Hardware-Streams auf YouTube geschaut. Aber... Du hast damals leider nie verraten, von welchen Sender du damals live gesendet hast. Jetzt weiß ich es. Das war und ist Twitch. Darauf muss man erstmal kommen. Steht... Ist aber auch schon seit Jahren in jeder Videobeschreibung drin. Aber natürlich, selbstredend, dass wir aktiv mit YouTube-Videos Werbung machen, dass an dem Abend eine Sendung stattfindet auf Twitch, das haben wir dann auch irgendwann aufgehört. Dann haben wir irgendwann gedacht, so, okay, jetzt haben die Leute es kapiert. Man könnte es mal wieder machen. Irgendwann hieß es dann, von YouTube aus ist es nicht gestattet, Werbung für andere Plattformen zu machen. Aber viele benutzen das als Shorts und sagen, YOLO, wir sind gerade live. Grüß dich, Mathe. So, hier ist Sackkasse. So, ich überlege gerade, was passiert, wenn ich denn hier langschwimme. Das ist gegen, gegen Strom. Aber da gibt es, gibt es da Geheimnis? Gibt es nicht. Aber nur Stillstand ist der Tod. Geh voran, bleibt alles anders. Tauchen! Come on, turn around. Erstmal wieder Luft holen. Hallo Prinko. Yo, get down on it. Turn around. Turn around please. Turn around again please. Hebel ziehen. Und aufwärts. Und aufwärts. Und aufwärts. Knallgas. Kann sie, können wir hier unten hängen bleiben? Nein. Das sieht in der Tat spannend aus. Was geschieht mit mir? Was ist mit dem, mit dem, mit dem, der, oh Gott, jetzt ist alles invertiert. Der Zopf! Der Zopf hat sie erstochen. Guck, da. Ist durch den Zopf gestorben. Das hat man früher schon gemacht. Sergeant Reinstein. Yay, endlich hab ich's mal live dabei zu sein. Lara. Lara, WTF? Wie WTF? WTF oder Fodowind? Diese fetten Ratten. Können wir das Team mit Ark mal sehen, ob es geht in 4K? Nee, geht nicht. Mit der kleinen Ark geht das nicht. Meins for the win. Ja, das hab ich mir doch gedacht. Ja, ich hab's ja schon erwähnt. Mal gucken, ob der Rechner heute euch wieder anschreit. Aber ich hab ja ein Tier entfernt unter dem Rechner. Das hat wahrscheinlich ein bisschen die Frischluftzufuhr behindert. Beeinträchtigt. So. Ich hab neue Infos. Also Seelenräuber hat Family in Action. Kein Kopfhörder dabei zu sein. Liebe Grüße sollst du ausrichten. Ja, liebe Grüße zurück an Seelenräuber. Diese Aufzeichnung ist nur für dich. Was macht mein Z790 Steel Legend? Und steht hinter mir verbaut im Rechner. Ich wünsche dir viel Spaß damit. So. Wisst ihr, was ich meine? Da liegt die Muni. Schaffen wir den Sprung? Ich weiß es nicht. Das können wir da gefahrlos einsammeln. Cool. Schade kriegst du die Perspektive natürlich nicht weit genug weg, ne? Ist aber schwer abzuschätzen, so mit dem Umgucken. Und dann in den Screenshot zu gehen, dass Madame dann auch dahin guckt, ne? Aber du weißt halt nicht, um was es geht. Das ist das Problem. Du kannst ja nicht in die Wand fliegen. In die Wand! Habe ich immer gedacht, damit kann man noch mehr arbeiten. Mit dem ollen Foto-Modus. Was haben wir hier? Ist da, lag da was? Jetzt nicht sterben, okay. Gut, da ist nichts. Da müssen wir hoch. Aber dann müssen wir da doch so einen Sprung machen. Oder wir springen ums Eck. Aber ums Eck springen ist immer... So nicht! Noch Tomb Raider 1. Richtig. Scheiße. Schmerzen. Das sollte alles am offenen Aufbau getestet. Dann alles zusammengebaut. Maymoth ins Gehäuse und so weiter. Computer tot. Maymoth muss zurück an Minervat. OMG! Das gibt's doch gar nicht. So nicht Ernie! Ja, ich weiß. Muss davon da hinten. Ist schon klar. Das ist aber doof. Ja, die... Let's play whatever together. Danke dir für den Prime Sub. Die Rennradmann-SSD. Ich hab sie versucht zu klonen. Heute Nachmittag, als ich dann von der Arbeit daheim war. lief sie immer noch. Im Klon-Vorgang. Man hat sich dann beschwert, dass er keine Daten mehr lesen kann. Fotomus hat Druckerbau neues Futter. Ja, ich hab ja auch das da ausgedruckt vorher noch, weil man muss ja einmal die Woche sollte man schon drucken so. Ist auch cool geworden. Lara in ihrem Trautenheim. Schaut die Treppe hinauf. Apropos Treppe hinauf. Ich guck mal, was der Rechner hier macht. Ich mach grad ein Checkdisk. Und das dauert. Ich frag mich echt, warum das Windows noch hoch lief. Na ja, schade auch. So, weiter geht's. Ah, hier können wir hangeln. Um das Eck gelaufen. Und hier ist Hangelzone. Hangelzone. Crocodile. Den Sound immer noch verwirrend. Ist im Original nicht so. Hört sich fast an wie, als wenn sie Schaden kriegt. Kurzer, kurzer, kurzes Geklippe von Lara bekommt Damage. Was dieser Hebel macht. Man weiß es nicht. Wasser. Das blaue Licht ist cool. Übrigens, bei dem Druck, den ich euch in der Bastelnacht gezeigt habe. Von dem Screenshot. Da hab ich echt das... Da waren ja so Portionen, bei Laras Beine waren lila. Es war kein Druckfehler. Nein, es war Crackys Lightroom-Fehler. Ich hab getroffen. Ich hab da aus Versehen zu viel maskiert. So hat er schon einen Kaffee mit Milch getrunken und dann auch Wasser getrunken. So macht man das, oder? Kein Bock mit dem Krokodil zu kämpfen hier. In dem Teil gibt es keine Harpune. Wasser kann ich noch mal trinken. Prost! Knall ihn ab! Danke dir, Kampfkaufs! Danke für die Unterstützung! Ich bin sehr äpid rum! So soll's sein! Soll was... Soll gut sein! Ich hab auf jeden Fall Bock! Ich hab zwar wenig Schlaf die Nacht gekriegt, wegen dem Video, was ihr heute auf Youtube vielleicht gesehen habt. Gab ja bisher auf jeden Fall spannende, spannende Kommentare diesbezüglich. Kommentare, die im Video eigentlich beantwortet wurden, wenn man's komplett geguckt hätte. Aber, gut, ist halt auch viel verlangt, so ein langes Video zu gucken. Passiert halt. Es lief auch alles anders als erwartet. Mein Arbeitskollege hat sich jedenfalls sehr amüsiert. Über meine Anmoderation. Dass das System keine Probleme haben sollte. Hatte es auch nicht. Seiner Aussage nach. Naja. Stirb endlich! Töte es, Lara! Oh, ey. Kann nicht wahr sein! Trifft immer nur die Wand! Jaja. Ich bin zuversichtlich. Da ist es doch. Hab's gesehen, du nicht! Ja, es ist sehr ansehnlich geworden alles hier. Darf echt nicht wahr sein mit dem Krokodil, ne? Auf dem Klo brennt Licht, ein wunderschönen Abend. Das muss doch schon, das muss doch jetzt verbluten, das Viech. Jetzt kriegen wir es aber. Da ist Blut. Da ist die Jogi. Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Es ist tot. Endlich ist es tot. Wo ist mein Messer? Wo ist mein Messer? Welches Messer? Gucken wir da an die, oder was? Das ist doch kein Messer. Das ist ein Messer. Paul Hogan, ey. Nein! Nicht er schon wieder. Genau. Hau ab, Mann! Lästig, du Typ. Was hängt denn da runter? Hä? Wie, 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 wie ist er denn da durch? Wie, wie ist er denn? Wo ist er hin? Schockig, ja. Jean-Pierre Krämer, ja. Wie, und schon? Und danke dir für den Prime Sub. Wup, wup. Wup. Wahnsinn, ey. Sechzig. Five. Yes. Jetzt sind wir oberhalb. Und jetzt haben wir unten Wasser. Das ist dann der neue Clou, oder wie? Maschallah. Also, ist schon, äh, spannend aufgebaut, der Level. Mit diesem vorwärts und rückwärts und Wasser rein, Wasser raus, Gameplay. Ich jetzt gar nicht sicher bin, ist das Wasser rein hier neu? Ja, ja, ist, ne? Stimmt, hier war ja vorhin die Ratte. Was nützt uns jetzt dieses Wasser rein? Jetzt werden wir hier wieder rüber gesogen. Hm, irgendwie nicht, oder? Irgendwie ist das falsch. Und das ist dann hier wieder der Wayback Machine, oder was? Nein. Aber hier ändert sich doch jetzt nichts. Alte Cherry ohne Windows-Tasten rausgeholt? Nee, 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 nee. Aber ist, ist ne Cherry. Ist das MX Board 3, ja. Weil, weil das nen Nummernblock dabei hat. Am liebsten würde ich ja auf meinem OG-Keyboard spielen, aber das MSI-Board hat halt keinen PS2-Anschluss mehr. Das Ding hat für kurz Pause gemacht. So, ich wollte nochmal gucken von der Seite jetzt. Was haben wir denn jetzt da erreicht? Wir haben da oben halt einen Hebel betätigt. Wir müssen nochmal Loop-Becken, oder was? Das macht ja auch keinen Sinn. Das war zu kurz. Also, Wasser ist jetzt hier höher, ne? War ja vorher nicht hoch. So, wo hilft uns das jetzt? Schon wieder ne... Ne Rolle gemacht, die ich nicht machen wollte. Ja, hier geht's einfach direkt zurück. Okay. Dann ist das wohl richtig. Ne, wir bräuchten ja dann einen Adapter vom PS2 auf USB. Da gibt's, glaub ich, aktive Adapter, oder? Aber, ne, ne, ne. Ja, aber das ist doch so, wie wir es hinterlassen haben. Meine Güte, die ganze Zeit die Drehungen machen, ohne Absicht. Ne, gar kein Pokémon. Pokémon-Spiele habe ich keinen Bezug zu. Also, nochmal. So, nochmal hier checken. Krokodil? Hier lag Munition. Können wir hier einen Hebel übersehen, oder sowas? Da ist ne Tür. Da ist irgendwie sowas wie ne Tür. Die müsste ja dann irgendwo aufgehen. Da ist ja gar nicht. In der OG hat... In der OG-Optik gucken. Da, die Magnumonie. Die siehst du ja gar nicht. Die siehst du ja überhaupt nicht, die Magnumonie. Das war ein Schatten vom Krokodil. So, JP ist hier gewesen. Holy shit, das war knapp. 27.000 Gummipunkte. Sie müssen weg! Wo soll sie denn damit? Schön, Horten hört ein Huh, oder? Ich muss spielen! Schwengeldengel, schwengeldengel! Also, außer nochmal da hoch zu gehen, kommt mir gerade irgendwie nix in den Sinn. Es sei denn... Hier ist irgendwo ein Hebel? Oder sowas? Wir gehen nochmal gucken, da unten. Weil nochmal da oben, da ist ja dann auch nix Neues da oben. Lustig. Irgendwie ist das genauso bei dir, wie ich mich gefühlt hatte. Völlig, völlig, völlig perplex, völlig verwirrt. Wir haben jetzt hier einen etwas anderen Wasserstand, wenn ich das richtig mitbekommen hab. Ja, der Hebel ist da. Hier ist kein Hebel, gar nix. Ach, Lara, Mann, ey. Ständig diese U-Turns. Und wenn ich da oben nochmal durchgehe, dann gehe ich da einfach nur im Kreis. Da oben ist ein Hebel, oder? Nee. Oh, knapp. Hm. Oh, knapp. Tja. Und so wären wir dann... ... einmal im Kreis gegangen. Da können wir raus. Das ist es. Eieieiei. Hallo, Ratte. Hallo, Ratte. Das ist fies. Das ist fies. Fies. Ganz schön fies. Ach komm, Löwe. Ach komm, Löwe. Hi, Bieringer. Hi. Hier siehst du. Jeder Veteran stolpert darüber. Hebel in der Wand. Pull the lever. Pull the lever. Warum schweben diese... Warum schweben diese... Alter. Ach ja, genau die Stelle. Das wollte ich doch überhaupt nicht. Das wollte ich doch überhaupt nicht. Von hier unten siehst du sie? Von da oben nicht. Wie soll der Kerim noch so sein? Wie soll der Kerim noch von obenadora Unfalle sein? Penne! Moin! cope... Sex Uhr in der Früh. Weltklasse. Danke dir, Ben, für einen Follow! Letztens, vor meinem... Mackeys Dönerladen in Berlin, Eine Rattenfamilie, die Lagerbereich gesprangt hat, nie gesehen, ja? Du hast doch nicht so viel verpasst! Auw! 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 Ba 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 ba! Einer dead. 2,20 Meter. 9 Euro. Warum ist das so lang? Genau. Wie geht's dir in Japan? Wie lang hast du noch? Und haben die Japaner was mit Ostern am Hut? Mal was mit Solar gemacht oder betrieben? Nö. Fragen über Fragen. Außer am Taschenrechner. Ach, diese Pfeiltasten bei dieser Tastatur gehen mir auf die Nerven. Wir bräuchten echt einen Counter für unbeabsichtigte unbeabsichtigte Rollen. Quasi. Rollenverteilung. So. Bumms. Erlicht. Und das direkt um 6 Uhr morgens, ja. Wie geht's den Kiddies? Servus, Bummi da. Ja, gut, ne? Ja, gut, ne? Kontakte hat das schon überlaufen, ja. Ich kann's halt auch nicht verbergen, muss ich jedes Mal erwähnen. Da hinten ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Medikit. Tralala. So, okay. Das heißt, hier müssen wir also noch nicht hin. Ich sehe sonst nämlich auch nichts. Ich fahre ja alles. Also eigentlich nicht. Aber ich hab schon Pikachu mit dem Osterdreck gesehen. So ein Kuscheltier. Okay. Das ist cool. Kleiner Pflichttauchgang. Aber hier ist nichts. So, Cox. Danke dir für 14. Wup wup. Thanks, mate. Wir haben auch keinen Schlüssel am Start. Wir haben nur das Skion. soo, gut. Wir haben ja einen Hebel umgelegt, von dem wir nicht wussten, was er gemacht hat. Nicht so richtig. Schon wieder unbeabsichtigt. Also, schwimmen wir einmal zurück. Beim Krokodil war ja noch eine Tür. Die jetzt aber immer noch zu ist. Okay. Wieder einen Strich machen, ja. Holy Diver. So richtig viel Retro Gaming Stuff. Yes. So richtig viel Retro Gaming Stuff. Ist das nur getimed? Habe ich das vorhin nicht betätigt? Ich bin gestorben. Das war das Problem. Super Mario 2 für ein Gameboy. Oh yeah. Das war so lustig, wie Hinderg und ich an dem letzten Level verzweifelt sind. Okay. Ich habe jetzt auch ein Gamecube ja umgebaut mit dem GC Loader, wie der Beefy das auch gemacht hat. Aha. Und dann kann man wohl in Kombination mit dem Gameboy Player tatsächlich die aller allerbeste Streaming-Möglichkeit haben für Gameboy-Spiele qualitativ gesehen. Also Gameboy, Gameboy Color, Gameboy Advance. Das schreit nach Mystic Quest, nicht wahr, Mondraub-Ritter? Da ist schon Bock drauf. Ich glaube, da müsste ich aber vorher der Cartridge mal in den Besuch abstatten. Dahinter. Wie machst du das von Commander Kong oder der Zock? Nee. Ja, klar. Sicher. Schlüsseln ein. Auf einmal sind es Kreideblöcke. Plutschplatsch. Hat sich irgendwas drunter was versteckt oder so? Es ist neuerlich, wenn ich defekte RAM-Riegel mit LED verbaue, wenn ich Weihnachten-Tannenbaum-Schmuck nutze. Ich habe aber auch ein RAM-Riegel jedes Jahr am Weihnachtsbaum. Ein ECC-SD-Ram-Riegel. Ja, ist es. Sorry, 220 Millimeter. Hä? Keine 2,20 Meter. Ich kann nicht folgen. Aha! Oh ja. Hideo Kojima gefällt das. Ja, 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 ja. Das ist fleißige Steine schieben. Vielleicht, wenn du dir die Aufzeichnung nochmal anschaust. Ja. Hm? Wahrscheinlich. Keine 2,20 PS2-Adopter. Ach so. Ja. Keine Experimente dahingehend. Dafür ist mir das Keyboard zu lieb. Dann bleibt es lieber am, am, am am Retro-Rechner und gut ist. Äh, ja. Wer hat denn die Affen losgelassen? Die Türen machen keine Geräusche? Check. Aha! Wieso keine Geräusche? Also, irgendwie ich hab nichts gehört. Ich hab nichts vernommen. Und vor allem gab's bei dem Kruke immer noch diese eine Tür da. war die Tür halt zu weit weg. Ah. Ein Steinchen links, ein Steinchen rechts. Nein! Entschuldigung, guten Morgen. Nur auf den Steinbock. Steinbock. Ich hab mir den Knöchel verstaucht. Muss ich wohl ein Mediket zu mir nehmen? RIP. RIP, 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 RIP. Brauch Licht hier. Alle Wiedermunter. Vielleicht gibt das auch ein Achievement, wenn man's schafft, ohne, äh, sich wehzutun. Der Schrei war filmreif. Ja, ich kann das. Super gut. hab ich so oder? Häh! 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 Feste den Kopf reinstecken in den Stein, Lara. Oh, cool. Das ist ja lustig. Man kann durch diesen Stein fliegen. Ich hab nichts gemacht. Das ist schwierig, ne? Frau Kroft bei der Arbeit hier. Dieser Stein ist gewaltig gewesen. Und Lara so klein. So ein Riesenstein. Nusskunst? Ein bisschen, ne? Drei Kilometer hoher Stein. Wide, wide, Winkle. Komprimieren Sie den Hintergrund. Zehn Grad. So weit kannst du ran. Telefotoren Sie mal. Amut Umgebung ist halt schon besser, aber irgendwie... Das sieht bescheuert aus. Als würde sie grad an dem Stein lehnen. Funktioniert das von der Seite? Ich glaube, was besser. Schwierig. Schwierig. Na ja, wir nehmen es trotzdem mal mit. Rollen wir mal um 90 Grad. Dass sie auf dem Block liegt. Ah, das ist so verwirrend mit der Maus. Moment. Ich muss die Maus am besten auch quer nehmen dann. Äh, okay. Ja? Das ist, äh... Das ist, äh... Lara, ist das so gemütlich, oder? Kann das weg. Ich kann das weg. Nein, ich habe Escape gedrückt. Der ruhende Stein. Oh Gott, Ratten. Der ruhende Stein. The Umbrella. Wer schläft denn so? Ja. Aha! Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Lara, ne? Ja. Perfektes Training für den Stiernacken. Ist halt die Frage, ob hier einer dieser Dinger gleichzeitig da hinten die Tür triggert. Wieso? Underwater Door. Was machst du? Underwater Door. Diese Ratten-Dings da war jetzt sehr undankbar. Einen Schlüssel haben wir, ne? Brauchst du ja. Normale Schlafpersonen am guten Wochenende. Position, ja. So, da oben ist jetzt Tür auf, aber da rechts auch. Oder gibt's hier vielleicht den... Ach, schon wieder unbeabsichtigte Rolle. Fürchterlich. Aha! Vielleicht gibt's ja hier in einem der Räume auch noch eine Fläche oder sowas. Hier gibt's nichts. Klar, da müssen wir hoch. Hier können wir auch nicht weiterschieben. Bringt auch keinen Sinn. Bei den Ratten ist auch eine Treppenstufe. Okay. Alter Schwede. Da kackst du dir aber auch. Das ist so unverhältnismäßig laut auch. Guten Abend, Tobias. Grüß dich. Man erschrickt aber auch ohne Ende. Hi, Sprengwurst. Irgendwie möchte ich noch mal zurückschwimmen. Bevor ich jetzt das hier öffne. Schon wieder unbeabsichtigte Rolle. Nächste Woche Mittwoch nochmal Tomb Raider zu spielen. Hm, ja, vielleicht. Ich würde euch aber über... Ne, ist zu, das Ding hier. Ich würde euch aber bei Discord und Twitter auf dem Laufenden halten. Wenn nicht ein Herzinfarkt gestorben ist, sollen wir an den Spitzen sterben. Ja. Ich denke, der Plan geht auf. Ein Schlüssel, zwei Schlüssel. Yo. Aber hier ist one, one way. Ich werde das Gefühl nicht los, dass es was mit diesem Klotz zu tun hat und der Position, auf der er steht. Aber das würde ja heißen, das würde das nur zeitweise öffnen. Gibt es aber auch keine anderen beschrifteten Flächen, weil das ist ja Sackgasse da hinten. Hübe, Lina, Fiora. Gar nicht mal so gut, ne? Ne, immer noch zu, das Ding ist. Mich wurmt es, bisweilen hier kein Geheimnis gefunden zu haben. Ach, wir müssen drüber springen. Dann laden wir doch lieber. Aber was natürlich wurmt, die Türen hier, die gehen ja alle auf. Der Graf, mach's gut. Wie gesagt, werde informieren. Ich kann es jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, wir haben ja zur Zeit Ferien hier in NRW. Kann auch sein, dass ich gar nicht da bin, aber ich weiß es nicht. Keine Hebel an der Wand. Die man dann erst oben von dem Stein aus betätigen könnte, oder so Scherze. Auch hier nicht, oder? Weil wir den hier schon in die Nische dupsen könnten, theoretisch. In der Originalgrafik kann man das alles immer viel besser ausmachen, so was, so ein Kram. Hinter die Steine kommt man nicht. Umwelter ist Retro, ne? Wann geht's mit 18 viel weiter? Ein gutes Stichwort. Lass mal gucken, was hier der Checktisk macht. Ah, der braucht noch drei Stunden, sagt er. Na, schön wär's. Du brauchst eine neue Tastatur, hier verstuckt man manchmal ganze Wörter. Ja, 18 für ein halbes Leben. Schön war's gewesen. In den Raum hab ich schon geguckt. Ja, hab ich, ne? Genau, das war ja der, wo ich so... Ich find's zumindest auffällig, dass so eine Nische da ist, wo auch der Stein einparken könnte. Quasi. Hier gibt's zumindest nichts, wo man irgendwie nach oben könnte. Hier bringt der Stein halt auch nix. Und hier halt genauso wenig. Wir schieben denn einfach mal einen Raum da hinten. Ich kann halt keine andere Verbindung herstellen, als quasi die der Stein und diese Unterwassertür. Wahrscheinlich ist es verkehrt, aber irgendwas übersehen. Und es ist gar nicht so Backtracking-like. Aber wenn es hier links runter geht, ich glaube, dann ist das ganze Gebiet hier einfach abgehakt und Geschichte. So. Tja, ich denke nicht, dass das was gebracht hat. Lass ihn trotzdem da mal stehen. Schön eingeparkt, ne? Kein Ebel übersehen oder so. Und diese blöde Tür ist zu. Guck mal, was dahinter ist. Kommen wir gleich von der anderen Seite oder was? Es ist nicht immer so, dass eine Sequenz kommt. Kann man sich nicht so richtig drauf verlassen. Sieht aus wie der Grund von dem, wo wir jetzt gleich hinrutschen. Prost! Okay, dann beobachten wir mal... Das hier, das sieht sehr cool aus. Da links ist doch was. Er ist ja auch lustig. Oh, einfach beides auf einmal aufgehoben. Das habe ich gerade so im Gefühl gehabt. Ich darf mir ja umgucken. Oh, Kroko Kroko Kroko! der kroko hängt da fest witzig weltklasse komm du blöder kroko red ist ja auch ein bisschen man sieht Lara nicht das ist so doof warum verschwindet er denn wenn ich hochguck schade funktioniert nicht ich hatte ich hatte gehofft das würde funktionieren aber nee da sind So, guck mal runter. Und die Waddle auf. Freundin weg und ich kann mich voll und ganz auf Tomb Raider konzentrieren. Jeehoo! Geil! Ah, Crocodile! Der Kali! Hey, guten Abend! Wir haben den Krokofanten erlegt. Wenn der Kroko reden könnte. Stuck! Wound butch! Schon wieder um aus Versehen zu schwere Finger gehabt. Wound butch! Stuck! 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 ARD Text im Auftrag von Funk ah Panik! Alarm! Die ganze Kopf so. Two-dimensional. Wow, das hat was. Der Schatten ist nur doof. Ach komm, jetzt ernsthaft da unten. Das finde ich gar nicht schlecht. Das muss nicht ganz so narrow sein. Das muss nicht ganz so narrow sein. Den Schatten an der Kante kann man dann, kann ich dann eine KI entfernen lassen. Ich gehe erstmal wieder schwimmen. Tschüss. Unbeabsichtigte Drehung. Ich bin der Martin, ne? Danke dir für 14. Wupp, wupp. Ich wollte mal eine Statistik am Ende des Levels für gemachte Screenshots. Das wäre doch mal was, oder? Die haben den Fotomodus drin, aber keinen Screenshot-Button. Das ist schon ein bisschen schwach vom Universum, oder? Weil Steam versagt ja bei 8K. Übrigens, der Rechner bleibt leise. Merkt ihr was? Ich habe das Tier entfernt. Jetzt auf einmal... Hat geholfen. ... ... Ich hab' ja keine Ahnung davon, aber... Vielen Dank. Das ist mein Hauptsystem hier. Das ist mein Hauptsystem. 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 Das ist die Hauptsystem. Das ist mein Hauptsystem. Du hast mein Hauptsystem. Ich hast auch Educationales Mon remo出elf. Das Lustige ist, dass hier beide Versionen neu sind. Weil ich Tomb Raider halt nicht im Software-Modus gespielt habe. Und in Remaster natürlich jetzt zum ersten Mal. Das war Nummer 7. Dankeschön. Ich will es protokollieren. Und am PC habe ich es halt immer 3D-beschleunigt gespielt. Das sieht dann halt schon ein bisschen anders aus von Texturen und Beleuchtung her und so. Da ist der Durchgang. Das ganze Gebiet hier, das schreit so nach. Erkunde mich. Erinnere dich. Vieles täuscht aber auch so, als wenn da irgendwo was zum Reinschwimmen wäre. Schon wieder gedreht. Nummer 8. Nummer 8. So, vielleicht mal Luft holen? Einen Strich gemacht, ja. Das sah gerade ganz komisch aus von unten. Ich kann mir gut vorstellen, dass da der Level zu Ende ist. In meinen kühnsten Träumen ist hier unten irgendwo noch ein Hebel oder so, der hinten den Käse öffnet, wo wir eh nicht mehr wieder hin zurück können. Oh Gott, das will! Oh Gott, das will! Du. Ich bin schon noch ein bisschen spät dran für die Preisverleihung, no? Aber dabei sein ist ja alles! Obwohl das nicht jeder so sieht! Jammerschade! Aber, hm, c'est la vie! Besiege Pierre. C'est la vie. Ebel suchen. Meinst du, da ist eine Ebel? Ich weiß nicht, ob da eine Ebel ist. Oh, hier sind Flächen mit Textur. Sellerie. Weiße, für einen Wolf machen wir das Konzert. Hier einfach das da, ja. Ja, richtig. Für einen dämlichen Wolf. Pierre ist endlich Geschichte. Endlich ist er vernichtet. Wenn ich einsammle, ist glaube ich der Level zu Ende. Ich bin mir aber nicht sicher. Insofern warten wir mal und schauen erstmal in der Gegend herum. Au. Für die Tiere unter Wasser. Aber wir kommen ja gar nicht zurück dahin. Wir sind ja in der Rampe runtergerutscht. Du hast was vergessen aufzuheben. Ja, ich vermute ja, dass dann der Level zu Ende ist. Wobei ihr oben ja dann doch benötigt, dass ich eine Schörlüssel einsetze. Also habe ich mich wohl vertan. Wie ist er denn hier reingekommen? Achso, diese Tür öffnet sich dann da. Und dann ab dafür. Schlüssel und Teil des Skions. Und Munition und so. Unter Wasser. Und eine goldene Schüssel. Und eine goldene Schüssel. Unter Wasser. No Spoiler. Komm, leg das Skion wieder zurück. Gibt es kein Achievement? Wie war mein Tag heute? Gut. Viel im Stau gestanden und so. Ostereinkäufe erledigt. Statt das erste Mal die zweifelhafte Ehre. Hier ruht Tihokan. Einer der zwei gerechten Herrscher von Atlantis. Die selbst nach der Heimsuchung des Erdteils trachteten in diesem kargen fremden Land gut zu regieren. Er starb ohne Kind. Und sein Wissen wurde nicht weitergegeben. Sei gnädig mit uns, Tihokan. Da funktioniert der Screenshot-Modus nicht an der Stelle. Siehst du, ein Geheimnis fehlt. Oh yeah. Oh yeah. ein erster auftritt das motorrad voll geil wir laden aber noch mal ich gehst morgen um 9 einkaufen die grimassen sind halt sehr markant aber die sequenz von der art direction her und von der musik ist total geil aber die grimassen muss man halt auch mit scan eins erkennen dieses aber sonst bildsprachen und so sind total cool ich wusste ja nicht ich kann ja auch pistole machen mein favorit ist definitiv der erste ganze storytelling der erste der es gemacht hat ich mag den zweiten auch sehr gut leiden sprungtaste und schießtaste verwechselt die nach ägypten wo sie auf die gangster trifft da geht's ab und und Das war's für heute. Blubber denn da? Ja, richtiger Rhythmus, ne? Der zweite Teil geht dann auch gleich voll aufs Fressbrett, also mit der großen Mauer ist ja schon alles gespickt mit Pfeilen und so. Ich find, ich find, den zweiten Teil haben halt, hätten halt, äh, die Hälfte der menschlichen Gegner gut gestanden. War ein bisschen zu viele. Oh, hier unten ist nix. Das hat dem Teil nichts, nichts gebracht, so viele Schergen auf Lara zu hetzen und die so viel aushalten zu lassen. So ein bisschen weniger Action hätte dem Teil einfach nicht wehgetan, meiner Meinung nach. Oh ja, die menschlichen Gegner wirken klobig, ja? Ja, unter mir, das ist ja das, äh, wo ich mich... Unbeabsichtigte Drehung, die neunte, zehnte, zwölfte... Das ist ja das, wo ich dann mich vorhin hochgeglitscht habe. Aber hier kommt man ja quasi von oben. Ach, Mann, ey! Termin, wie, das logs stinkt? Was, ich nicht канал ja? Many Ministres. Am分, ich glaube, es parishiert jetzt nicht啊! Not dass ich jetztreden kann. Okay. Not dass wir hier in dem TP zusammen brennen. Okay. Eich spinnen Sie. Ja, hab ich auch schon überlegt, aber ich sehe hier quasi nichts weiter auffälliges. Ja, ich sehe hier, ich sehe hier, ich sehe hier, ich sehe hier. Ja, ich sehe hier. Mann, gerade dachte ich... Ach, komm, Mann! Wurstfinger! Ja, hier war das, was wir eh machen mussten. Hm? Hm? Ja, also irgendwie denke ich, hätten wir woanders was finden müssen für dieses Secret. Dann ist das halt so. Dann beim nächsten Durchgang. In zwölf Jahren. Wir müssen unter Wassersound im Classic-Look besser. Na gut. Ich hab nichts gesehen, also I don't know. Ich hab keine Ahnung. Ich hab nichts gesehen, ums Verrecken mich. Oder soll ich nochmal gucken? Ist das... Also ich will jetzt nicht wissen, wo, aber hab ich... Ist es warm? Oder ist es Holzweg? Nehmen wir mal weiter. Tihokan, come on! Again! Hier ruht Tihokan, einer der zwei gerechten Herrscher von Atlantis, die selbst nach der Heimsuchung des Erdteils trachteten in diesem kargen fremden Land gut zu regieren. Er starb ohne Kind und sein Wissen wurde nicht weitergegeben. Sei gnädig mit uns, Tihokan. Cool gemacht, die Sequenz. Zwei Fundstücke nicht gefunden, ja. Das war dann das Secret da unten. Womöglich. Schmetterdös! So, die haben wir ja auch schon gesehen. Oh, ein langer Level jetzt. Wir sind nun wo? In Camoon! Camoon! Ja, jetzt wird's ein bisschen... ein bisschen dröge. Okay, merkst du was? Was soll ich denn merken? Lichteinfall, oder was? Oder was wolltest du sagen? Ich sehe vorher auch Stadt von Camoon, oder wie? Ja, ne? Ne, ist mir jetzt nicht aufgefallen, Pauschal. Sonne blendet sie! Aber sieht sehr ungesund aus, wie sie da steht. Ja, merkwürdig. In der Tat, ja. So, da geht's rüber, da geht's hoch. Ach, den Level kenne ich ganz gut, weil den musste ich nochmal komplett spielen, weil ich da mein Savegame verloren hatte. Ich musste mir doch ein Savegame erschienen. Stadt Schmatt, sag ich. Stadt Schmatt, sag ich immer. Wie Stadt Schmatt, wat? Wat Stadt Schmatt, wat? Du, Sat, wat? Stadt Schmatt? Schmatt, Stadt. Nach Stadt Schach, Mat. Schach. Schmatt. Schmatt. Himmium! Wenn das mal keine Lara ist. Ha, ha, der! Hey, ja, da! Kommt eben Stadt Schmatt. Man musste ohne Waffen das Level spielen, was zuerst ohne Waffen war. Also vergesst nicht, Waffen zu holen. Oh, ja, das ist... Kann passieren, ja. Und dann kommt Schmäh. Stettinger, Schmattinger. Pull it real good! Jetzt so ein bisschen Staub aufwirbeln. Apropos, was macht mein Checkdisk? Das wird nichts mehr. Ja, wo der Skateboard fährt. Natlasminen heißt der Level, ja. Natlasminen! Die Nachlasminen. So. Schieren. Ah, da liegt da unten, da muss ich das noch holen. Da liegt was. Jan, da heißt immer noch so, also Natlasminen, oder was? Sind noch gar ne drei Stunden vorbei. Mhm. Ja, ich glaube, der hat jetzt wieder gar keinen Progress. Die SSD ist einfach tot. Das ist super lästig. Weil da sind halt schon Daten drauf, so. Gut, ich habe jetzt das nicht. Cool, wie wie der Würfel leicht unförmig ist. Das finde ich wiederum sehr charmant. Ein charmanter Würfel. Mist. Windig, windig, windig. Ja, das war mal ein Abgrund, den wir jetzt überwunden haben. Das ist schon cool gemacht. Ich mache jetzt gerade Checkdisk. eigentlich lief seit drei Uhr in der Nacht Akronis Klon-Vorgang. Und er war dann heute früh noch bei Restzeit sechs Stunden oder so. Und als ich dann heute Abend von der Arbeit nach Hause kam, hieß es dann, er könne Daten nicht lesen. Sollte mal ein Checklist machen. Da habe ich alle ignorieren angewählt. Zwei Stunden später war die Restzeit immer noch unverändert. Ne, Rennradfahrer-PC. Ja, genau. Schick, schick. Das ist ein relativ komplexer Level, ne? Oh, Hallöchen. Alter, Schwede, wie die aussehen, ne? Tja, jetzt bräuchte ich mal Mündungsfeuer. Kann man per KI kein Mündungsfeuer einbauen? Meine Maus bewegt sich von selbst. Mach ich denn hier wieder? Mal irgendwie... Jetzt habe ich aber irgendwie die Perspektive komplett verstellt. Hä? jetzt ein bisschen Frühstück nebenher. Lass es dir schmecken. das ist so lästig mit dem... Nein! Nein! Achtung. explodiert ist sie zerbröselt das wird einen frame geben wo man das mündungsfeuer sieht oder zwei oder so kann man den screenshot button vielleicht verlieben von f3 ich drehe ihnen den hahn zu underworld habe ich für wii pc glaube ich auch irgendwo als irgendeine für wie habe ich es auf jeden fall ich habe es auch wie mal gespielt ich fand es gar nicht schlecht aber ich kam beim beim level mit irgend so einem kraken bin ich 50 mal hin und her gerannt habe es nicht kapiert was ich machen muss da war irgendwie so ein riesiger kraken keine ahnung ich habe es nicht kapiert was das spiel von mir wollte das ist der zweite abschnitt ja kam ich nicht weiter aha aha ein saphir schlüssel die neue nummer von vengeance ist so krass es ist ja noch weit zu nun oder wie heißt sie ich weiß auch nicht kommt da nicht ein stein gerollt ich dachte wenn stein gemeißelt dann nicht kann man darüber springen ja aber nicht so ja ja gut eine idee hochklettern an der mumie noch wir erörtern gerade ein wenig nein nope wir können aber den saphir schlüssel einfach einsetzen oder gucken wo man vielleicht klink klonk macht ich glaube hier nicht sondern am fuße der sphinx knochenjochen vier ja moin auch kenn X4 was ist blau warum das von genau sehr gut ich meine bist du Zack. Hallo. Na, Kollege, was geht? Komm zu mir, Weltunter. Das ist unmöglich. Unbeabsichtigt gedreht. Klingklonk macht der Schlüssel, wenn man ihn zum Beispiel in eine Schlucht wirft. Wie sind die Ecken ziel? Auf jeden Fall genug Zielwasser getrunken. Lara und ihr Mündungsfeuer. Jetzt wollte ich rückwärts und drehen, Sprung machen und dann hat der nicht... War das Timing nicht richtig. Moin. Wenn sie morgen noch kräftig zubeißen können. Was hüpft der denn da in die Dinge rein? Zwölf. Einschlüssel. Früher war die Schneller-Toten. Nein. Was ist... Ist der Kroko in die Grube gelaufen? Und kommt nicht mehr raus, doch. Die haben schon immer so viel ausgehalten. Ziemlich große Ohren, ja. Kann auf jeden Fall gut hören. War auch wieder nicht. Ming-Vase. Aha! Können natürlich nicht durch das Gitter fliegen. So dumm, Lara! So dumm! Ich krieg die Kamera auch nicht hinter das Gitter. Tante Gitter! Hilfe! Okay. Das Licht ist so cool, weißt du? Aber leider kannst du... Oder können wir... Können wir diesen machen? Können wir quasi... Aber wo guckt sie denn durch? Aber wo guckt sie denn durch? Da! Müssen wir so machen! Ist halt sehr analog, ne? Analog Pocket. Ich muss mal spielen! Lara hinter Gittern. PC-Bostler! Dankeschön! Danke dir für 52! Very nice! Helfen Sie mir! Helfen Sie mir! Ich muss hier raus! So Dress... Dress ändern ist Quatsch. Ich sitze hier im Gefängnis! Fresche Niese! Danke dir für den Raid! Servus! Ach kack! Und ich drücke Escape! Ich papp nass! Mach ich ein anderes Mal in Ruhe. Tatü! Tata! Guten Abend! Na? Was gab's bei dir? Was haben wir da gerade eingesammelt? Ein Midi-Kit. Cartoon-Nose, ja. Peppa-Nose. Unbeabsichtigt gedreht! Tomb Raider 1! Weltklasse! Auch im Remaster, oder? Timeliner, Tschüssi Kosti! Yo, bis Samstag! Genau! Fantastisch! Und wie gefällt's dir? Hast du's damals auch gespielt schon? Und wie weit bist du? LOL! Tö, das ist da alles gespielt! Ja! Ich glaube, viele, die das zum ersten Mal anpacken, die sind relativ schnell abgeturrt wahrscheinlich. Aber für uns alteingesessene Fans ist das halt ein... Also, das ist quasi so ein Kindheitstraum. Schon wieder ohne Absicht gedreht. Mein Mittelfinger ist zu schwer. Was soll das? So, hier sind... Das sind Klappen, die gehen irgendwann auf. Da kann man tauchen. Liegen tut hier nix. Schon wieder gedreht. Die Bede, die Bede, die Bede. Wir sind ein Level nach der Zisterne. Ah, ja wunderbar. Sie schwimmt nicht mehr, weil ich die falsche Knopf drücke. Total... Banal. Marius Stefan Sie schwimmt. Spiele ich auch auf dem PC? Ach, ist so geil. Ja, 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 ja. Danke fürs Abo. Meta, danke schön. Ach, schade. Ganz glatt nochmal spielen. Der Play-Z5, ja, vielleicht hat die eine andere leichte Gamma, eine andere Gamma-Tabelle als so Ideal-Standard-PC, weiß ich nicht. Die könnt ihr ja mal genau rüber gucken, ne? Lord Adamus! Hallöchen! 8K-Screenshot. So, her damit. Das Spiel ist ja alles für Games. Hauptsächlich tatsächlich Retro und dann auch Original-Hardware. Das ist eigentlich so mein Hauptsteckenpferd, wenn es ums Zocken geht. Und das kann Konsole sein. NES, SNES, Gamecube, Mega Drive, Wii, Dreamcast zum Bleistift. Oder halt auch ganz, ganz groß bei mir Retro-PCs. Da habe ich so eine ganze Retro-PC-Armada am Start. Den kann man, glaube ich, den kann man nicht sehen. Oh, da, da ist der, der, da ist der CRT und da drunter ist so ein Konsolenturm. Da sieht man das, kann man das NES erahnen und alles. Ähm, alles angeschlossen, direkt einsatzbereit. Und dann halt auch Retro-PCs habe ich ganz viele aus, äh, in verschiedenen Konfigurationen. Die aber auch alle so eher so, äh, das Gezocke um die Jahrtausendwende abdecken. So, mit Windows 98 dann entsprechend. Und den Original-3D-Beschleunigern von damals und so. Und da spiele ich dann halt sehr gerne, ähm, klassische Shooter. Habe da eigentlich mal angefangen, alle, alle Spiele mit der originalen Unreal Engine durchzurocken. Zumindest Horror-Geräusch. Ja, aber ich habe das große Steckenpferd, die große, große Bürde der Bastelnacht an der Backe. Ach ja, wurden diese Dinger hier aus der Wand rausgefahren. Welches, ähm, immer samstags hier stattfindet. Das ist eine sehr beliebte Sendung. Äh, und da geht es halt hauptsächlich um PC, äh, Hardware-Themen und so. Schrauberei, Bastelei. Testen wir Komponenten, bauen Rechner auf komplett. Und all diese Sachen. Und das geht schon... Zehn Jahre so, gell? Die Sendung mit dem Cracky, ja, genau. Also, ich würde gerne mehr retrozocken, aber... Neben Familien, neben einem normalen Beruf ist es halt... Ja. Steht das, äh, relativ häufig hinten an. Stellt auf, zu tun wäre ich auch noch nicht durch. Ja, aber das juckt mich halt auch noch nicht so. Wobei die neuen Tomb Raiders keine schlechten Spiele sind. Aber das schlechteste Spiel ist eigentlich die Wasserflasche, die ich hier umgeschmissen hab. Die man den ganzen Boden unter Wasser setzt. Haben wir hier ein Läppchen hier? Ist mir gerade erst aufgefallen. Der Korkboden mag es nicht so feucht. Ich weiß nicht, wie das gerade passiert ist, als ich den Stuhl gedreht hab. Well played, Sir. Ups. Ups. Yippie. Ja. Ansonsten bei Konsolen hat es bei mir dann, äh, mit der Xbox 360 aufgehört. Als ich dann gesehen hab, dass auf, äh, die, die Dinger, die auf der PS4 und auf der One kamen, dass die alle auch für PC gab, war das, war das Ding für, also... War das, ja, war, war das Thema für mich dann eigentlich durch. Irgendwie müssen wir doch auf die andere Seite kommen hier, oder? Hätten wir das gerade nicht gekonnt? Einmal durchschieben erst. Erstmal schieben. Hi, Smokey! Le Mans Ultimate eigentlich ein Thema für mich? Ach, nicht so richtig. Ich hab Content dazu gesehen, und... Joa. Hallo, Mami. Leg mich doch in den Tisch. Echtes Gore-Foto hier. Da fliegen die Brocken durch die Gegend. Soll ich mich noch drehen, oder? Oh ja, guck. So ist Fanny. Bilder für die Bravo-Screen-Fanny. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist passiert? Was ist passiert, Lara? Lara müde, Lara schlafen. Ja, ähm, ansonsten, weiß nicht, ob du noch da bist, äh, hier, äh, frische Niese, äh, hobbymäßig sind wir da natürlich noch nicht durch. Dann gibt's noch die Fotografie, und dann gibt's noch den Fotodruck, seit kurzem. Da tobe ich mich ganz gerne aus. Das hier zum Beispiel. Als wunderschönes Wendebild. Das ist die Zisterne. Goldig, ne? Miras, was ist los? Darum, darum haben wir so eifrig Screenshots. Und heute, heute, weil man muss ja regelmäßig drucken. Stumpenbinder, danke dir für 35. Man muss ja regelmäßig drucken, habe ich heute noch, äh, das hier im, äh, Zutroi-Level gemacht. Im Hintergrund schön, äh, an Farbbrillanz einbüßen lassen. Hab sie leicht die Treppe hinaufblicken lassen. Auch ganz gut, ne? Das ist A4, und, äh, das hier ist, äh, DIN A3. Beidseitig bedruckbar. Hat aber, hat aber einen kleinen Bearbeitungsfehler. Hier ist das Wasser lila um ihre Beine herum, weil ich da die Maske ein bisschen verkackt habe. Hab's aber schon korrigiert im Lightroom. Wieder ab auf den Drucker mit dir. Gibt's noch Titel 48 in Tomb Raider 2? Musik oder was? Da riecht ich was her. Very good. Ja, macht Spock, macht Bock. Ist cool. Am besten ist es noch, wenn da ein bisschen Film-Grain mit reingeballert wird. Also, das Midas-Bild gefällt mir sehr gut. Und das, äh, heute da, das da über meinem Kopf, das finde ich großartig. Das ist richtig cool. Ich hab was. Ist schon, ist schon, äh, einfach, ja, ist einfach cool. Es sind halt so, damals so diese Render-Artworks, nachdem man, äh, seine Internetleitung hat dürsten lassen, äh, kannst du jetzt halt einfach mal selber via Screenshot erstellen. Und darum spiel ich das ja hier auch direkt in 8K via DSR. Ich hab ja kein 8K-Display, aber dann sind die Screenshots halt cool auf, äh, ähm. Ich hab einen eigenen Drucker, ja. Hast du gar nicht mitbekommen, gell? Man muss schon einiges so immer mitten in der Nacht, aber das war halt dann im Rahmen vom Bastelnacht-Content und so. Also, ich kann bis Format DIN A3 Plus drucken. Äh, oder halt, äh, was war das? 329 Millimeter mal 991 Millimeter. Ich hab ja auch hier, äh, da hinten, an der Bahn. Das ist auch gedruckt da. Das ist, äh, das ist City of Vilcabamba. Und Grand Prix 2. Das ist 80 Zentimeter lang. Das geht auch. Und der Drucker ist da oben. Da muss ich mal eine Kamera wieder einstellen. Man kann 1440p spielen mit dem Full-HD-Monitor, ja. Es kommt drauf an, ob du eine Nvidia oder eine AMD hast. Entsprechende Features aktivieren und dann ab dafür. Das ist manuelle Linse hier, da muss ich dann mal gucken, wo der Fokus sitzt. Tendenziell sitzen wir ein bisschen weiter weg. Bei Nvidia nennt sich das DSR und bei AMD ist es Virtual Super Resolution. Was bringt's genau? Ja, ähm, mehr Detailzeichnungen und, äh, kein Kantenflimmern und so. Ja, mit einer 1070Ti kannst du das auch machen. Da Tomb Raider ja keine gesonderten Grafikeinstellungen hat, muss man da natürlich dann quasi, äh, im Desktop die Auflösung schon verändern. Unbeabsichtigt gedreht. Führen Sie die Strichliste weiter. Das doppelseitige Bild mit Midas würde ich sogar Geld bezahlen. Müssen wir mal gucken hier, wie das mit A3 ist, äh, das müsste man ja dann ja, das ist ja dann Großbrief wahrscheinlich, ne? Das erzeugt auch mehr Grafiklast. Ja, ja, ja. Dadurch. Da hat die noch mehr Energie abgezogen, das fliegende, fliegende Zeug. Ja, aber Rollen, Rolle versenden, äh, das ist schon, äh, ein bisschen dicker. Wäre eigentlich schon cooler in einem, äh, in einem Umschlag mit, äh, einfach mit Pappverstärkung, dass es als eins bleibt. Habe ich schon gespeichert? Wir haben es ja selbst auf dem 8,7G in 4K gespielt, mit 60 FPS. Also, das schafft die 10,70 sicher, bei dem Spiel hier jetzt. So, oben ist die Luke aufgegangen, das ist gut. Da müssen wir jetzt den Klotz rüberziehen. Ja, aber es gibt doch diese Amazon-Umschläge. Jeder kennt die doch, diese Amazon-Papp-Umschläge. Ich wollte hochklettern. Warum mache ich denn jetzt so Fehler die ganze Zeit? Das ist ja von der Dicke her noch okay. Das ist hier der Commander Ilford Galerie, Premium Mat Duo, das sind 235 Mikron. Was ist denn das dann? 200 GSM? Ah, Papier duftet immer so gut. 200 GSM. Das ist wahrscheinlich so eine britische Angabe. Das ist jetzt nicht das dickste Papier. Ich habe noch das, ich habe das noch in Heavyweight, das Premium Mat Duo Papier. Das kannst du auf jeden Fall nicht falten. Also das kannst du nicht rollen, das kannst du komplett in der Pfeife rauchen. Aber auch da, das Problem ist ja, es sind beide Seiten dann bedruckt, wisst ihr? und dann rollen. Ich weiß ja nicht. Aber ich muss mir mal was überlegen und dann können wir mal irgendwie einen Versuch wagen, was das angeht. Aber ist halt schon cool. Ich meine, wenn du es natürlich direkt gegen das Licht hältst und du hast große einfarbige Flächen auf deinem Motiv, dann siehst du das andere Motiv durchschimmern. Aber so, wenn es, wenn das Bild von vorne beleuchtet wird, so wie halt so ein Bild beleuchtet werden sollte, fällt dir nicht auf, dass auf der Rückseite was ist. Das ist schon ein ziemlich geiles Papier. Schön matt. Bups. Ach, da oben auf dem Dach liegt auch noch was. Ich wünsch gerne einen Gong, Leuten. Bum. Ist auch wieder cool mit dem Licht ein Pfeil. Na, ein Killer. Ja, und, äh, Penner, das Drucken macht sau Spaß. Also sei es Fotos, ähm, sowas physisch in der Hand zu haben, weil das Fotografieren ja halt auch einfach sau Bock macht. Da wollte ich noch nicht runter. Ähm, und dann halt sich dann da auszutoben und okay, da wollte ich runter. Und dann halt verschiedene Papiersorten auszuprobieren und so. Ich fülle die Tinten ja auch nach. Und dann hast du jetzt einmal das dicke Investment gehabt und jetzt kannst du es halt ausschöpfen. Ja, gute Nacht. Wunderbar. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Ähm, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich lasse auch mal ein Follow da hier. Mal hier irgendwie einrichten. So geht das. Da kann man ja direkt anklicken und folgen. Weltklasse. Und vielleicht sieht man sich nochmal. Würde mich freuen. Wir Raider müssen zusammenhalten. Smoky, danke dir. Ja, rutschen wir da nochmal runter, ne? Danke, danke. Ja, FSR ist doch eh Open Source, oder nicht? Sinnig? Nein. Gut. Kommt das Jingle echt, wenn man da rüber hüpft? Ernsthaft? Mein Sekret. Ich sag's dir ganz konkret. Junge geht. Wenn ich hier zusammen PSRsten hinzu, Hm. Hmm. 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 grunzender grunzendes Krokodil ach komm da wusste es, da konnte es gerade nicht breakdancen das arme Tier unbeabsichtigt gedreht na gut, das war ein dummer Sprung da unten geht doch die Party ab, oder? jetzt Stiefel draus machen, ja schon wieder Mann Frau Kind Kegel tot einfach, einfach plattgestellt der Boden da ach komm, jung Mädelschmädel Geheimnis, yippie Aha wo man eigentlich zuerst darüber Können wir gar nicht Reicht, müssen wir nicht einsammeln wir haben genug Zeug Wie ist das eigentlich? Bekommt man in Natlas-Mine all sein Zeug wieder? Ja, oder? Wie sind wir in Natlas-Katakomben? Ich meine schon Bleibt doch stehen! Lara Merkt ein wenig meinen Schlafmangel Die Reaktion ist nicht mehr ganz so gut Also entweder geht das direkt von der Schräge, dass man da hoch rüpft oder wir müssen das hier nutzen Nutze die Macht, Lara Ich meine, Clara erhalten die Karten noch gut mit Oh, ist das ein bisschen weit weg So Aha Tu mir ja schon leid für das Krokodil, ne? Nö, das ist zu weit Das ist zu viel Ha Von da oben hätten wir droppen müssen Müssen wir da quasi nochmal hoch Jetzt müsste man sich Ich kann mich nur erinnern, wie man da hochgekommen ist 360 Backflip Ahar Genau, Piratenlager Ahar Ach come on, ey Das gibt's doch gar nicht Also das nervt mich an der Tastatur maximalst ab Danke, Kalle, fürs Stricheln Man könnte natürlich immer noch Ghetto-Mod machen für so eine Grafikkarte, ne? Ist ja auch eine Option Lol Was ist da hinten? Ich meine, hier ist jetzt nichts, ne? Ich finde das so witzig, wie das ganze Interface auch pixelig wird Das ist total lustig Ghetto-Mod, ja, halt, äh, Gehäuse-Lüfter drauf schnallen Original-Lüfter-Konstrukt runter Gehäuse-Lüfter drauf, die ein bisschen Druck haben Kabelbinder fixieren oder so Ich weiß nicht, soll ich speichern kommen? Ah, was soll das? Ja, kreative Zweckentfremdung, ja? Kann man so bezeichnen, doch, ja Drohnen-Modus halt The Drone-Mod Lara hat ihre Drohne dabei Man muss es nur kreativ interpretieren Knurru Aha Come on Lara Tennis So, also hier geht's Abi Na, haste Probleme Generell? Oh Na, nicht generell Generali Aber auch nicht generell sinnvoll, hier hinzugehen Aber da geht's lang Wieso, da können wir uns festhalten Und dann können wir uns hier runter droppen Und jetzt machen wir was In die Kamera lächeln Lara Ach, Weiße So, Munition gefunden? Und sonst so? Hä? Hier geht's weiter WTF Dafür läuft sich jeder, ja So, Klappe oben auf, okay Pantra time Unfassbar Man geht das Startmenü auf Tipp, Aufzeichnungen nutzen Hä? Ja, aber dann hab ich ja Keine Perspektive Pepsyschmähn Hab eine Hohlsame Danke fürs dabei sein Und schon wieder Und schon wieder Und diese Katzen hier Unheimlich sind die Bitte Nachschupe Und schon wieder Das gibt's auch gar nicht! Keine Chance! Hm, wie die da durcheinander laufen! Das war's für mich! die target dragons dogma 2 angezockt nix erwartet dennoch enttäuscht okay keine ahnung was das ist meine frage man holt sich für die xbox ein spiel aufs cd wenn man sich runterladen möchte und beim installieren nimmt der 8 gb von der cd und 31 gb vom netzwerk warum ist das so weiß das jemand naja weil eine cd halt früh gepresst werden muss das alles für lames secrets in dem level und spiele meistens dann noch nicht fertig sind und außerdem müssten sie dann wahrscheinlich mehrere datenträger beilegen das kosten treibt dann die kosten auch wieder in die höhe ja das könnte ja wieder mumienzeit hier sein aber gut die xbox benutzt auch blu ray oder nicht ich finde digital kaufen ist aber eigentlich so unschön aber es ist halt modern es ist halt so also ich 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 finde es ja auch man hat sich daran gewöhnt nichts mehr in der hand zu haben darum ist ja umso umso wichtiger dass für schöne screenshots druck nicht wahr lara ja 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 das war schlecht perspektive oh ja besser drehen vielleicht noch aber dann wird es wieder sehr abstrakt so hat so schöne schöne linie die klippt natürlich durch die brücke die beinahe am besten abschneiden was ist denn jetzt auf einmal mit dem mit dem mit dem screen rand das problem hier wo ist ein bisschen was von dem rand mitgenommen wo muss das problem auf einmal so ja die remastered hat es eigentlich schon wäre schon schön gewesen für diese 4k blu-ray haben die genau man kauft und bietet dass die stores nicht dicht machen ist geil oder gerade so die ganze steam library und so ich meine unser leben ist ja auch vergänglich schon wieder gedreht unser leben ist ja auch vergänglich alles geht irgendwann den bach runter alles geht irgendwann kaputt gefühlt ist nur dieses digitale viel zu schnelllebig viel zu schnelllebig man ist dieser raum hässlich was warum das was ern kann ich überhaupt nicht erinnern Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss da eben mal hochhüpfen davor. Nein! Jetzt hat die Kamera uns ausgesperrt! Warum? 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 Einfach mal rummeditieren hier. Einfach mal chillen mit, mit, äh, tut endlich und schieß mich tot. Tiefenentspannt. Tiefenentspannt. In der Luft schwebend. Tiefenentspannt. 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 Ich hab' das grade nicht verstanden mit den Klappen, die da oben aufgegangen sind. Kommt noch mal Sand runter. Hm. Backpower. Das hat sich angehört wie Sand. Jetzt ist da Sand runtergekommen. Das war ein Sandgeräusch. Stimmt, hier hast du ganz schön die Arschkarte gezogen, wenn du... Jetzt sind die Klappen zu. Janice, klar! Ja. 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 Ach so, so kommt man hier wieder hoch, ja. Was mein Schüssel nicht eingesammelt hat. Eine Disco-Kugel? Very nice. Schalt den HDR Scheiß doch einfach aus. Ich mein, mein Monitor hat mir jetzt auch wieder ein kritisches Sicherheitsupdate vor den Kopf geschmissen. You paid for it. Ja, aber es ist kacke. Lass es aus. Stell dir vor, DLSS wäre scheiße. Level beendet. Alle Secrets. Yes, aber zwei Dinge liegen gelassen. Awesome. Ich hab jetzt auch nicht mit gerechnet. Very nice. Ich wusste nicht, dass der Level da... Dass der so umfassend ist, so... Ah, jetzt aber der Obelisk von Camus. So, was sagt denn der Obelisk von Checkdisk? Ah, acht Stunden noch. Cool. Fortschritt nicht gefunden. Muss ich mal hier irgendwo dran wackeln oder so? 20.000... 1944. Ja, sehr schön. Scheiße, ey. Die SSD ist so fettig. Das ist schon lästig. Der Level-Namen ist aber wieder lang. Der ist wieder lang, nicht wahr? Ich glaube, ich mach mal eine kurze Pipi-Pause. Und dann mach mal... Mach mal weiter hier. Mach mal weiter. Ich hab grad behauptet, ich hätte mir Gesicht ins Wasser geschmissen. Naja. Was auch immer da passiert ist. So, der Obelisk von Camus. Ah, geil! In dem Level, diese Stelle hier, damals... Das war so einer der ersten Momente, wo ich tatsächlich mit meiner S3 Verge Grafikkarte eine 3D-beschleunigte Variante von Tomb Raider hier erleben durfte. Und es tatsächlich auch etwas besser lief in höherer Auflösung. Genau diese Schlucht hier habe ich damals auf meiner Elsa Winner 2000 AVI 3D, welche ich leider nicht mehr besitze. Markus, melde dich. Ich hab deine Handy noch mal bekommen, ne? Aber nicht deswegen. In der S3 Verge beschleunigten Version erleben dürfen. Gar nicht mal so schlecht. Gesicht ist zumindest noch da. Ja, was ist das für ein Kabel hier? Tether Pro, ne? Tether Pro. Ich hab grad gemeint, so hier, Tethering-Kabel für der digitale Fotoknips, um direkt die Bilder rüber zu beamen. Soll man auch nur dafür benutzen, für nix anderes. Funktioniert auch gut. Als ich hier negative digitalisiert hab, wurden sie direkt in Lightroom entwickelt. Das war ziemlich geil. Aber das ist natürlich noch geiler. Das war ziemlich geil. Das war ziemlich geil. Das war ganz geil. Musik Ich finde die Treue halt super. Dass alles dabei ist. Oh, holt die Fackeln raus, Frederik. In Deckung, Frederik. Du hast gerade den Mob aufgescheucht mit Heugabeln, Fackeln, alles dabei. Jetzt hast du ein Problem. Warum habe ich jetzt ein Wilkabamba-Safe-Game überspeichert? Was war dieses Wilkabamba-Safe-Game? Wir werden es nie erfahren. Haben wir eigentlich mehr Safe-Spots als früher? Haben wir jetzt alle Safe-Spots? Ja, wir haben mehr, glaube ich. Nicht alles muss ein Beat haben wie Dubstep, um geil zu sein. Also, das ist halt... Dreh dich doch nicht um! Das hat halt irgendwie dieses... Einfach dieses Mysteriöse, was dieses Spiel so umgab damals, nochmal extra unterstrichen. Und auf einmal kannst du mit so einem taffen Schmädel da durch die... Der sogenannte Langohr-Panther... Der Mixer... Jetzt habe ich aber jetzt schon im Irrn-Geschrei, ja. Brrrr, du bist das Urbräder! Guter Plan! Könnte man mal machen. Kann man auch sein lassen, ne? Ist halt ein Remaster, ne? Bierdosen halt eintrauen lassen, ne? Wir haben uns jetzt mit den Kindern das Sascha-Grammel-Programm hier, das... Äh... Fast fertig gegeben. Oh, wie das schön. Unterhaltsam. Immer damals... Hätt's mich nicht auf der Bühne gesehen. Erste Reihe. Und ich war derjenige, der die ganze Zeit angelabert wurde. Daniel! Ich war schuld, dass beim Professor Doktor Hacke... Die Hände abgefallen sind, quasi. Die... Puppenspiel-Dinger. Der große Zampano. Wir müssen erstmal einlullen. Der große Zampano, der Fische. So. Frau dreht sich um. Das find ich dumm. Erstmal einlullen. Einlullen. Das wird schon mal gemacht mit der... Mit der Hypnose. Come on, come on, come on. Gibt's also, wer hier den RTL-Plus-Tango hat, gibt's in der Mediathek. Ist ein bisschen versteckt. Krokodile sieht schön aus, ne? Sie sind ein bisschen versteckt. Wenn man nach dem Grammel sucht, dann kriegen wir nur das Programm von vor 10 Jahren oder was? Vor 12 Jahren. Aber dann kann man eine Jahreszahl auswählen. Und dann hat man dann das andere Programm. Zum Abrufe. Wessen System spiele ich das? Wenn er 3090 und eine ARC 380 enkodiert in Stream. Müsste eigentlich aktuell tatsächlich auch auf der Kanalseite vermerkt sein. Auf genau dem System. Spiel mal das. Krokodile hat das versteckt. Da ist es wieder. Nö, es hat keine hohen Anforderungen. Mark Hoffmann, ich wünsche eine erholsame Nacht. Danke fürs Einschalten. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Beteiligen. Es ist mir eine Freude gewesen. Oh, guck mal. Kala hat den Link hier. Ist ganz gut. Muss immer die Leistung dahinter sehen. Der ist ja die ganze Zeit unentwegt am Labern. Ob der jetzt am Bauch reden ist oder halt selbst am reden ist. Das ist schon Wahnsinn. Schon wild. Und insofern. Ich mag ihn. Ich weiß noch, wie damals da so die kritischen Stimmen gleich umgingen. Dann auch von Schmetters und so. Dass das nur eine Jeff Dunham Kopie wäre. Und bla und blub. Aber ich meine. den Skill aneignen. Das musst du auch erst mal auf die Kette kriegen. Und außerdem hat er auch keinen, keinen toten Terroristen oder sowas. Das ist immer noch in der DOS-Box. Nee. Alles ist eine Kopie. Ja, irgendwer hat es immer zuerst gemacht. Nur die deutschsprachigen Let's Plays und die Bastelnacht nicht. Ich habe irgendeinen Schlüssel gefunden. Das ist super. Nun. Aber da. Simon Kretschmer hat gesagt, er hätte das Let's Play erfunden. Mit seinen sieben Minuten Takes. New Games. Dann sage ich. Da gab es aber schon die PC Player, die hatte ich auch mal dahin gesetzt und spiele Multiplayer gespielt. Und nun? Was machen wir jetzt? Und auf CD. Und auf FCD getoastet. Was machen wir jetzt, Simon? Ja, aber. Ja, nee. Dann gab es dann 2007 dieses YouTube und dann gab es dann auf einmal so ein Durchgezockt. What? Gut, das gab es jetzt 2008. Frühes 2008 war es. Ja. Und ein YouTuber, der hat jetzt auch bei mir vollgezündet, der vom Sohnemann dann rüberkam, der Gurken vertont und so. Und das ist auch total lustig. da auch in der Probe auch voll gut. Ja, sicher. Gurkensohn? Nee, Plankton. Die Shorts sind schon teils ziemlich geil. Meins Plankton. Richtig. Das war eine Übersichtliste über deine ganzen Systeme ausgenommen, die 30 Retro PCs im Keller. Äh, nee. Ich hab nur die Retro PCs in der Liste. Den Rest hab ich nicht in der Liste. Jetzt weißt du, warum es keine Langohrpanta mehr gibt. Ja, Lara, Cracky ist schuld. Gute Nacht, Sebastian. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Ich hab jetzt nicht aufgepasst, was da gerade aufgegangen ist. Die Aufmerksamkeit schwindet. Da oben liegt was. Bist du dir sicher, dass das ein Steinpilz ist? Ich bin ja mir ja nicht mehr sicher, Thorsten. Große Tür. Okay. Bop, 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 bau. Ne, Mattis war hier. Wir saßen am Essenszisch und da hat mein Sohn nochmal ne Dinger gezündet und irgendwann war da ein Lachflaschdeluxe. Ey, dann Pippi in den Augen. Also manche schon echt richtig gut. Ehre, wem Ehre gebührt. Ist auch viel Arbeit. Aber gestern die Nacht war auch viel Arbeit. Arbeit, da oben war doch noch was, Lara. Komm. Und die Arbeit hält an. Och nö, Lara. Kommst du nicht wieder hoch, ne? Wo läufst du denn? Ach ja, sind wir wieder unten? Ja, Lara, dann geh mal wieder hoch. Wie viele PCs aufgebaut und laufe ich im Hause? Zu viele. Die Antwort muss genügen. Viel zu viele. Wir sind ja hier auch nicht in der Bastelnacht oder so. Wir spielen gerade Tomb Raider. Also ich weiß nicht, ob sie das mitbekommen haben. Wie viele Wii-Konsolen hast du jetzt eigentlich genau? Ja. Sieben oder acht? Ich weiß es nicht genau. Drei Gamecubes. Das weiß ich. Zwei NES-Konsolen, glaube ich. Drei Super Nintendos. Sind wir hier beim Verhör. Ja, ja, ja. Die wollen alle Bestandsaufnahmen machen. Ich schreibe jetzt alles auf. Inventur, ja. Wie viele Pentium 2 mit 350 Megahertz hast du eigentlich? Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. Und Pentium 3, 450? Auch alle. Ja. Zum Glück fließt der alte Kram nicht in diese Masse mit ein. Der war nämlich schon vorher da. Privat-Eigentum. Mini-Konsolen? Nur das Super Nintendo. Super Nintendo. mit MMX-Technik. Ja, äh, 233 habe ich, glaube ich, zwei oder drei. Auf jeden Fall ein 200er. 166er wäre ich mir jetzt gar nicht mal so sicher. Wie viel Wasser trinkt Chuck Norris? Richtig. Prost. Danke fürs Folgen. Schnapper Wii hat meine Mutter letztens einen Schnapper gemacht. Wii und Balanceboard, Gitario, Schlagzeug, 80 Euro. Ja, ist okay. Die Wii ist auch nicht viel wert. Ich habe Angst. Äh, Penner, es lebt noch einer. Wie viele Kompaktes haben wir? Drehen Sie sich mal wieder. Das gibt... Und nachher habe ich es und drücke so im Takt es doch wieder weg. Gott! Gleich ist alles abgeglitscht. Wup, wup! Eigentlich musste ich doch jetzt da oben, äh, mir eine Brücke bauen, um da oben reinzukommen. Was will ich denn jetzt hier unten? Also den Level, den kriege ich mal so gar nicht mehr mit. Vielleicht geht es echt nicht. Kalle hat mir aber ein, aber ein Screenshot gezeigt. Hier bin ich reingekommen. Mikey, Mikey! Mikey, danke dir für neun! Kein Mündungsfeuer. Das ist faszinierend, ich war? Aber es sieht so toll aus! Aua! Tut's wehtun, noch, noch, noch mehr weh. Noch schöner weh. Noch schöner weh! Haben wir schon erwähnt, dass der Rechner leise bleibt? Wir haben nichts gemacht sonst. Du hast nichts gemacht. Das andere Voltigen der 3090 ist genau identisch. Erst dreimal, ne, oder? Wie viele 1 Gigahertz-TPUs? Woran haltet ihr liegen? Das ist mein Rechner, der mal nicht im Hintergrund fährt. Kitten der Hau. Das war mir ja schon länger aufgefallen, dass er lauter geworden war. Aber 1 und 1 zusammengezählt hab ich nicht. Naja, ich hab ein Tier entfernt, was da drunter sich gebildet hatte. In dem Damenstrumpf. Das ist der Lüfter halt kaputt, ja. Kein Achievement gehabt! Ich bin enttäuscht vom Universum. Obwohl doch, Jack haben wir getötet, das gab ein Achievement. Jack nicht, ne? Pierre hieß er. Das voll wird. Der hat 133 Megas mit 100 Megas Arbeitsspeicher. Aha. Aber bei den Taktraten war der Speicher eigentlich noch gar nicht so schnell. Das ist noch weirder. Gibt's die Rechner noch aus 18,5 bis Leben? Von den Zahlen her existieren sie auf jeden Fall alle noch. Von der reinen Konfiguration der Rechner her hat sich, denke ich, der Großteil der Rechner geändert. Seit 18,5 bis Leben, weil die Ansprüche der Retro-Laden halt mit der Zeit immer weiter gestiegen sind. Massive Steine, du. Massive Steine. Nicht wahr, Lara? Das geht ab. Schon kein Mündungsfall. Die sieht immer so brutal nach hinten geneigt aus. Das ist zu viel. Aber jetzt guckt sie nicht nach oben! Okay. 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 für das gute gefühl noch mal ein screenshot gemacht zu haben 7000 pixel mal sonst noch was jetzt noch weiter nach oben gucken können die wandern holi aber lego mei lego mio ich hab ich will nicht kommt da wieder da die wenn ich jetzt man dann explodiert ja auch da ist doch das bobs ahja der anke der deutsche fährt mit dem auto und die moni sie wird das denn da unten und ein komme ich nicht zurück mehr aber da in dem gitter liegt ja auch noch was in tante gitter sie echt mega aus ja moin dattel club sieht das man sieht das wasser quasi nicht wasser ist so klar obwohl es so grün ist das war ja so klar toll und nun irgendwie hände verrutscht den drop kriegen wir schon mal nicht mehr oder was ich komme irgendwie durch den level aber übersicht ist was kaltes klares kaltes klares kaltes klares wasser kristen doo bang wo wo wrong ich habe jetzt erst beim wieder gucken nach unserer checkmania battle zone wo ich farlin mit ku cool angesprochen hab jetzt habe ich erst den text verstanden die Da Chick ist da baam! Wuhuuu! Da Chick ist da baam, yo! Das Schmädel ist die Bombe, yo! Oh, Mama, ey! Ich hab vorher nicht kapiert, was die da gesungen haben. Da Chick ist da baam! Ist halt eh so... Bombe! Bom! Wir Deutschen lesen das zweite B und im Englischen ist halt baam! Da baam! Das Höhchen ist explodiert, ja. Mindestens, Ernie, kann man da nicht gegenspringen? Kippt das da nicht von alleine um? Waren wir hier nicht schon? Nein. Da Chick ist da baam, yo! Wuhuuu! Lara hat Schluck auf. Die waren damals auch auf der Games Convention in Leipzig. Sind da abgegangen. Hinter den Hallen. Damals! 2007! Tomb Raider, ja. Naja, klar. Tomb Raider! Hast du auch schon Tomb Raider gespielt? Nee, dort ist mir zu... Die Steuerung ist... Also, nee. Also, ich sterb da immer. Ich versteh das nicht. Da Chick ist da baam! Da Chick ist da baam! Wuhuuu! Du, 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 du... Prinzessin Persia, ja. Geil! Das ist ganz schön tief, ne? Hilf mir! Das ist die Schlafpose, ne? Hilfe! Ich schmier gleich ab! Meine Hände! Ich kann nicht mehr! I'm losing grip! Aber leider hängt ihre Oberweite in der Wand fest. Ja, 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 ja! Danke für's Abo! Vielen lieben Dank, RSGGG Germany! Danke dir! American Gladiacroft Version! A chick is da baam! A chick is da baam, ja! Rock and roll! Verdammte Axt! Ja, hier vorne haben halt auch die Clipping Fehler... Everywhere Clipping Errors! The camera positioning is pretty... Pretty complicated, I guess. Because it is very, very grob. Oh my god! What's going on in this town? Achtung! Achtung! Wormzeichen! Ich dachte, da kämen wir jetzt hier so schönes Zwischenbilder als Screenshot. Da chack is da baam! Worm! Worm, jetzt kriegt es nicht mal mehr so ansatzweise hin, wie es vorhin schon einigermaßen verträglich gewesen wäre. Darf ich ihr nicht mehr ins Gesicht fliegen? Hä? Die Perspektive ist zu weit weg. Schau, so kriegen wir natürlich die ganze... Dramatik-Schnittschin. Ich muss mal der KI sagen, rekonstruiere die Hände! Ja, KI und Hände. Der der... Wir nehmen das mal so... Da konnte keiner mit rechnen, Ernie! Da konnte überhaupt keiner mit rechnen! Aber wir haben einen Screenshot gemacht! Wir haben einen Screenshot gemacht! Wo bin ich? Achtung ist da baam! Jetzt hat aber auch der Gesichtsausdruck gepasst! Ah! Ich hab noch einen Plan! Let's do it again! Aber sie guckt nicht hoch, oder? Ja, funktioniert nicht. Lara, was machst du mit der Wand da? Okay. Ja, scheiße! Ich muss Escape drücken und... Steuerung! Das klappt nicht! Es funktioniert nicht! Also... Merkt euch das? Niemals Screenshots da machen! Vorher speichern! Es klappt nicht! Es klappt nicht! Du solltest nach hinten springen, bitte! Zurückspringen, bitte! So... Okay, war nur ne Idee! Ich dachte, ich könnte das mit der Perspektive erreichen, während sie auch noch in dieser Hangel-Animation ist, sodass sie nur eine Hand an der Kante hat! Aber hat nicht funktioniert! Pentium 3 und Vulu! Hm? In 8K! Ja! Weißt du doch! Schon wieder gedreht! Nara, was war das? Spannend! Was bringt mir das jetzt genau? Darunter? Schade! Schade, da kommst du gar nicht... weiter gehen! Ne, also damals sah das eher so aus! Natürlich mit schöneren Texturen! Weil 3D beschleunigt, aber... Unterschied ist schon... vorhanden! Buff! Oh! Irgendwas hat Klack gemacht! Something mad! Klack! Mod? Ah, das hat Klack gemacht! Ne, gekauft! Es ist erschienen am 14. Februar! Tomb Raider 1 bis 3 Remastered! I am the mummy! I am the mummy! Vielleicht bin ich tot! Hilfe! Fuck! Könnt ihr auch mal hier... Oh, da ist... Gerade explodiert oder so? Den Butler, den kannst du ja auch ins Kühlhaus sperren! Da kannst du alles tun und machen, was du willst! Na? Bop! Schmähdödös! Ah! Frickin! Haaa! Unsichtbare Plattform gab's hier in dem Level nicht, oder? Das war in einem anderen Level, in dieser großen Halle! Da gab's nur das in der Mitte da! Das hab ich gesehen bei... Ich weiß nicht, ob ich das bei Girl gesehen hab, oder bei... Prinzess... Wahrscheinlich bei beiden! Die drei beiden! Mit der Utz hier! Diese... Unsichtbare Plattform! Was ist denn da oben? Da ist nichts, oder was? Da ist nichts, ne? Haben wir schon geguckt... Gut! Immer der Nase nach, Lara! Follow your nose... Into the next Mummy! Wo ist das denn? Geht die da runter? Was ist das hier? Da können wir dann auch da wieder in dem Vorgarten noch landen. Da können wir den Vorgarten auch noch leer räumen. Geil! Da haben wir uns heute vielleicht schon eins nicht gefunden. Das sah auch ein bisschen pixeliger darauf aus. Das war schon... Da musste man schon... Das musste man schon wollen. Servus, Tomek! Gut, gut und selbst. So, die haben wir ja schon abgeräumt. Wie kommt es denn, dass wir jetzt von der anderen Seite da hingekommen sind? Ah, frickin' high! Ah, high! Zack! Ja, war das hier vorhin nach oben hinzu? Ich... ...versteh den Unterschied grad nicht. Ja, hier waren wir doch vorhin schon. Da war vorher zu. Okay. Okay. Ja, uns fehlen aber noch zwei entspannte Hebel, ne? Wir speichern einfach nochmal. Und hier sind wir ja gerade hochgekommen. Genau. Hebeln Sie mal! Ja, ist doch cool. Dicker Fred River im Glastisch. Kann schon was. Ist immer schön, wenn man... ...sich so... ...für Dinge, die... ...für so Dinge begeistern kann und so. Ich hab ganz cool hier zwischen den... ...zwischen den Säulen. Gerade am Blinzeln aber. Naja. Ja, okay. So. Was haben wir denn hier? Da waren wir schon drauf. Da haben wir Hebel gezogen. Wir können natürlich... ...von oben... ...herab... ...können wir natürlich auf eine dieser Plattformen... ...dann auch nochmal... ...landen sozusagen. Vor allem die da. Ob das das bringt, weiß ich nicht. Aber eigentlich war das hier ja auch ein Secret. Das ist schon ein bisschen tiefer, Lara. Ha. Das haben wir ja schon mal gemacht. Wir bewegen uns langsam aber sicher im Kreis. Da ist ein Hebel. Finde ich gut. Da steht eine Mumie. Finde ich auch super gut. Das könnte lustig so werden. Lustig werden. Das Sichtfeld spielt. Ach, Leertaste setzt zurück. Ich hatte gehofft, Leertaste fliegt hoch oder so. Aber nein. Nara, die Mumie und der Hebel. Nara, die Mumie und der Hebel. Und die Inneneinrichtung. Und die Inneneinrichtung. Und die Inneneinrichtung. Ja, jetzt müssen wir die hier so hinsetzen können auf so einen Stuhl. Ja, die Mumie wacht dann doch auf, oder? Ah, freaking hard. Und, ist immer noch zu? Nehmen wir mal kleine Stühle, ja. Quadratisch praktisch gut, ne? Ja, das... Von der hier denkst du, die würde jeden Moment immer aufwachen und dann... Unverhofft kommt sie jetzt. Leck mich doch am Arsch! The heat is on! Weiße Lara. Die Highlights sind ausgebrannt! Heilige Scheiße! Fliegen sie schon wieder, die Mumie! Die Highlights sind ausgebrannt! Die Highlights sind ausgebrannt! Die Highlights sind ausgebrannt! Fliegen sie schon wieder, die Mumien fetzen! Das ist cool. Das ist kacke. Das ist schon fies, diese Mumie. Mann, Mann, Mann. Gerade wenn du da runter rennst, da kommen die angerast, ey. Das stimmt, hier unten waren wir noch gar nicht. Hey, Toddy, grüß dich. Doch, hier unten waren wir, aber wir haben da oben die Tür geöffnet. Und da sind wir jetzt rausgekommen. Löl. Da müssen wir wohl tauchen gehen? Hm. Genau, hier hatten wir aufgemacht, ne? Da sind wir auch lang, oder? Oder waren wir hier noch gar nicht? Ganz unten ist natürlich der Eingang, den wir als Endgoal für den Level öffnen wollen. Hm. Ist da auch nicht ein Hebel? Da ist ein Hebel, der oben ist. Schon wieder unbeabsichtigt. Komm mal auf, die Tür. Mist. Ja, die ist ja geöffnet hier. Hier sind wir ja auch gestartet. Hier ging der Level los. Ich brauche manchmal noch ein bisschen länger. Aber... Ja, hier hoch kommen wir ja dann von hier aus jetzt nicht. Aber hier sind wir noch nicht schwimmen gegangen, oder? Das haben wir noch nicht gemacht. Wobei, dann sind wir noch hier in einem Raum. Gut, hier lag da eine Schlüssel an der Kante. Haben wir auch schon gemacht. Hi, C-Yogi. Danke dir für 32. Dankeschön. Sehr schön. Ja. Es ist schon nützlich, wie viele es von diesen Trommeln gibt hier. Ich frage mich, ob wir hier Drops vergessen haben in den Nischen. Ja. 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 Wir haben eine Niche. Okay, dieser... Das funktioniert nicht. Unmögliche Tastenkombination. Rechner stützt ab. Error, Error, Tilt. Durch die Tür oben auch wieder hoch. Ja, ich denke schon, ja. Müssen wir nur einen Stein hinschieben. Macht wahrscheinlich Sinn. Fangfrage, wo sind wir denn hier reingekommen? Irgendeine Ecke. Da. Schon wieder gedreht. Nee, nee, nee. Dass die dann so automatisch hochhüpft, der Bug, der war auch schon damals drin. Springen und die Kamera drehen, bis es so aussieht, als ob sie sitzt. Den Vorschlag finde ich super. Schiebung. Ich könnte doch mal einen Schluck Wasser trinken. Während du hier arbeitest. So, der Mumie haben wir uns... äh, entledigt. Da hüpfen wir mal rüber, ne? Das ist, glaube ich, ein sehr guter Plan. Das sieht ja geil aus. Ha, ha! Das sieht ja geil aus. Gude Salamander! Na, alles frisch. Ja, alles gut. Bisschen müde jetzt mittlerweile. Aber den Level machen wir noch fertig. Guck mal, wir gehen erst mal runter. Da sind doch bestimmt nette... nette Collegen, die uns willkommen heißen. Und selbst? Das stimmt wohl. Ich könnte mich natürlich schon fallen lassen, aber ich glaube, dann haben wir ordentlich Kompanie hier. Kompanie auf Panther. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Temminara, what the hell is going on in this town? I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Ich sehe die Blutfetzen in der Luft. Das sieht cool aus. Wenn es doch nur Mündungsfeuer gäbe. Nein, 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 nein. Komm, Perspektive zurück. So. Warum sieht man denn ihre Beine durch die Truhe? Was ist denn für ein Grafikfehler? Och Mann, ey. Immer müssen überall irgendwelche Errors drin sein. Ach, das ist ja witzig. Es wird nur noch besser. Ja. Das sieht so dumm aus. Ach, die Mumien, ey. Da wirst du aber auch nicht drauf vorbereitet, oder? Feuer, Gorillas, Löwen, Panther. Beste Tomb Raider war Angel of Darkness. Ja, aber nur auf 3DVX Voodoo. Schon wieder aus Versehen gedreht. Endtower-Kontakt. Ab und so baue ich dem Dennis einen neuen Rechner so ungefähr. Aber sonst, nee, leider nicht. Das war auch schon einige Jahre her, ja. So geht's halt mit der Zeit, ne? Dann wird man halt, gründet eigene Familien und so und dann... Aber das ist ja nix im bösen Geiste irgendwie auseinandergegangen oder sowas. So, okay, da war jetzt unten die Mumie. Aber... Ist mal ganz hoch, oder was? Vermutlich. Mal rumhangeln, ja. Mumie ist einfach nur da, um einen auf den Sack zu gehen. Aber der Screenshot war cool. Ich fand den Screenshot ganz cool. Ich meine, die Texturen der Mumie sind jetzt natürlich so... ...nicht so überragend, aber da können wir ein bisschen im Lightroom nachhelfen. Bisschen Struktur reinballern in die Mumie. Das war's auch beim Community-Treffen. Ja, nice. Ja, wild, ne? Zeit rennt so dahin. Aha. Ja, wie schön, dass das ein Secret war, aber... Uh-oh. 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 Da könnte ein Hebel versteckt sein. Das ist irgendwie so der direkte Hochkletterweg. Aua, das hat sich hier auch schon wieder unbeabsichtigt. Wäre eigentlich nur sinnig, wenn es hier unten die... So ein Mist, ein Secret, ja. Klassischer Tomb Raider. Klassisches Tomb Raider Problem. Man sucht den Ausgang, man denkt, ja, das ist der logische Ausgang. Also vor allem ein Problem von mir. Bei Teil 4 ist mir das ja so oft passiert bisher. Irgendwo hin bist und dann denkst du, ja, hier geht es weiter. Und dann... Secret. Nein, warum? Wieso? Wie ich sag, nochmal rumhangeln. Habe ich doch gerade gemacht. Und nicht immer so alles so ganz wegkauen vorher, ne? Da rüber, ja? Von hier kommen wir ja. Also rüber angeln, aber nicht hochgehen. Nicht durch die Decke gehen. Aber hinten war ich doch gerade schon nicht. Hä? Hä? Hö? Yep. Höh! Hä? hatte gehofft hebel aber hier war secret es ist nah drunter wie komme ich da überhaupt hin wieder gedreht ja super jetzt bin ich auf der gegenüberliegenden seite glückwunsch klar ratschluck auf hier ist auch nichts und hier waren wir doch schon also ich glaube ich bin ich doch schon vorhin hin aber jetzt das wird es wohl sein ah hier ist der hebel weil wir die störungstaste gedrückt gehalten das ist lustig irgendwann muss wieder abbrechen oder da ist kein metall ne oh come on Lara golden boy beim eisen eintausendsten mal ganz sicher dafür kommt man zumindest wieder schnell hoch ne genau und dann bist du hier so happy dass du das umgelegt hast und dann musst du dich mit den mumien einlassen oh geht mir das auf die nerven rumhangeln einlullen also beim ähm großen wie ist der wie ist wie ist der fisch denn jetzt von sascha grammel beim großen zampano zampano nach dem dritten mal einlullen hätte ich mich auf jeden Fall auch live eingelullt und man hätte mich hier in der ganzen halle gehört uli hurra 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 Munition. Zip. Noch ist nix. Zip. Zip. Pick up. Komm Lara. Schwimm ums Eck. Ja, jetzt kannst du ruhig Gas geben. Schwimm. Schwimm. Warum machst du jetzt die Drehung, du? Du Dampfnudel, du. Schwimm jetzt halt. Mann. Ja, ja, absolut entspannt, Lara. Ja, ja, absolut entspannt, Lara. Wo guckst du hin? Du guckst da rechts. Du guckst dir das Ding da an. Du sollst die scheiß Mumie angucken. Lara! Wenn der in deinem Zimmer rumschreit, hab ich geschrien. Tiefenentspannt hier. Entschuldigung! Framen sie mal. Wir haben hier die Mummy, die Mummy Frames. ... Ter Boris. Kachin! Ah! Uhhhhhhhhh Geir am a mirar Die 30 FPS-Version auf Retro-PC ist aber nicht so ruckelig wie die hier. Nie im Leben. Ein kleiner Schuss hat gefehlt. Lara! Mitbewohnerin 1. Hä? Aber sie heißt doch gar nicht Lara. Penner! Wir brauchen Hilfe in Deutschland! Penner! Hätte ich jetzt irgendwelche Zahnimplantate, jetzt wären sie raus. Ach ja, Nebenkostennachzahlung, ja. Und jetzt noch Mieterhöhung. Yeeeey! Boah, ist das cool mit dem Lichtschrein. Sieht das gut aus! Ja, das sieht super gut aus. Rucke, 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 Rucke... für 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 jahre der PlayStation guys and boys boys and girls she's on the run run so sie nicht ganz so spektakulär aus mir it's coming up but I'm gonna move back to the street for off the 12 und zwölf schon mit wer ist die spielen Ach, haut doch ab! Ich hab euch echt nicht so ätzend in Erinnerung, aber... Ihr seid schon ganz unendet. Midegut. Bis die reicht aber. Ja, komm mal, wofür hab ich die Munition gesammelt von den Magnums? Schon wieder. Immer wieder diese Rolle. Immer wieder dat hier. Immer wieder dat! Ja, Sinnbild! Moderne Kunst! Hallo Lumix! Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht koordiniert jetzt nach links fliegen. Hilf mir, die ganze Kamera ist erdreht! Du explodierst gleich! Ich muss die Maus links legen. Ich muss die Maus auch drehen. Mist, sie verschwindet in der Wand. Warum verschwindet sie jetzt auf einmal in der Wand? Das hat sie doch gerade nicht. Hä? Okay. Boah, jetzt ist mir schlecht. Aber ja, so ist das halt, ne? Also, die roten Switches hier in dem Keyboard. Die Tasten sind auch etwas kürzer von ihrem Hub. Das ist das Cherry MX Board 3.0. Rote lineare Switches. Also, die haben relativ wenig Kraftaufwand benötigen, die zur Betätigung. Und dann sind die Tasten halt ja relativ, ja, kurz, ne? Das ist schon cool, wie du hier wieder rauskommst. Ich wollte doch nur wissen, ob da oben was drauf ist. Irgendwie hat das die Zwischenzahl endlich einfach aufgehäuft. Geht doch, aber hier ist nix. Nein! Ich wollte doch nur Windows-Taste-Dings-Da-Boomster machen. Ist halt, wenn du mit dem Fotoapparat nicht unterwegs bist und dann spielst du so ein Spiel. Wichtige Benachrichtigungen. Sie erhalten wichtige Benachrichtigungen vom Sipping-Tool. Wenn nicht stören aktiviert ist, um die später zu ändern, wählen sie die App Benachrichtigungen zulassen aus. Wo habe ich denn nicht stören aktiviert? Zulassen, ja, ja. Benachrichtigungen. Was habe ich jetzt gemacht? Keine Ahnung. Ja. Ja, die Tasten sind halt zu kurz. Das ist so... Sind so niedlich, die Tasten. Lag dann hier unten jetzt nicht noch was? War das nicht so? Hier unten so zwischenzeitlich noch Munition gespawnt war. Ne, ne? Okay. Da müssen wir mal alles einsetzen, was wir gefunden haben. Das Garabeos. Das Garabeos. Das Siegel des Anubis. Das Siegel des Anubis. Ein Ank-Kreuz. No. Früher musste man das auswählen, oder? Da hat er nicht das Richtige vorselektiert. Und das Auge des Horus. Ich weiß gar nicht, wie der nächste Level hieß. Komplett gelöscht aus dem Gedächtnis. Nach dem Obelisk von Kamun. Weiß ich nicht. Aber war auf jeden Fall... Mächtig was los, Leute. Ach komm, Lara. Ich weiß nicht. Okay. Mist, ich wollte noch Screenshots machen. Wir haben alle Cycrets gefunden. Yippie. Nice. Das Heiligtum des Skion. Geil. Ich habe an Tomb Raider 4 so wenig Erinnerungen, obwohl ich es am meisten gespielt habe. Weiß noch ganz genau, dass ich keine Memory Card hatte und die Playstation über Nacht angelassen habe und im Fortschritt nichts verlieren. Crazy. Ja, das habe ich ja auch schon zehn Folgen lang gespielt. Wie sie die Haare im Passport offen hat. Hör da auf. Wie die einfach mal so biometrisches Foto da drinnen mit offenen Haaren. The world is coming to an end. Classic Lara mit offenen Haaren. Zieht euch das rein. Seht ihr das? Die 8K Auflösung kennt keine Grenzen. Wie ist das? Der Kiesel Top mit dem Backpack. Das Passwort contains 30 pages. Das Passwort contains 30 pages. Mit 8K geht was, ne? Hahaha. Jetzt pixelt es langsam auf. Fahni! Hat super viel Bock gemacht. Aber jetzt ist es auch gut. Viertel vor zwei hier in good old Germany. Ich danke euch beim Einschalten zum dritten Teil von Tomb Raider 1 Remastered im Jahre 2024. Ist mir eine große Freude. Keine Ahnung, ob es nächste Woche Mittwoch weitergeht, kann ich jetzt noch nicht versprechen. Aber Twitter, Discord, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Das sei versprochen. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal. Ne, mein Adler. Gern geschehen. Tschüss YouTuber!